Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. May the 4th be with you oder May the 4th be with you gehabt zu haben eher, denn Star Wars Visions Staffel 2 kam ja bereits gestern raus. Wir hatten allerdings nicht die Möglichkeit, es vorab zu sehen und auch nicht ganz so sehr zeitnah, obwohl das jetzt auch relativ zeitnah ist. Aber wir besprechen sie jetzt trotzdem, nachdem wir ja auch schon Staffel 1 ausführlich besprochen hatten. Und das tue ich natürlich nicht alleine. Hallo, ich bin der Dom und bei mir ist eine Kollegin, die ja zuletzt zu Star Wars schon so einiges gemacht hat und mit der ich auch Tales of the Jedi letztes Jahr besprochen habe. Machen wir es kurz. Die Britt-Marie ist hier. Hallo. Ja, sehr schön. Staffel 1 hatte ich ja damals mit dem Kollegen Patrick besprochen. Der ist ja mit dir ab und zu oder eigentlich fast immer im Podcast Nerd Bedarf zu hören. Schöne Grüße an die Kollegen. Ich war ja letztens auch zu Gast. Du hast aber Season 1 auch gesehen, oder? Ja und geliebt. Ich habe immer die steile These aufgestellt, das sage ich im Grunde, seitdem ich diese erste Staffel gesehen habe und manche mögen mich dafür hassen, aber ich stehe dazu und ich sage es auch immer noch. Ich finde, dass Star Wars Visions vielleicht, oder nicht vielleicht, dass Star Wars Visions das beste Star Wars war vom neuen Star Wars, das wir bekommen haben. Von allen Filmen, von allen Serien, von allen neuen Sachen war das tatsächlich, finde ich, das beste Star Wars. Da würde ich mich durchaus anschließen. Das ist in jedem Fall das mit Abstand interessanteste Projekt. Man darf natürlich auch gerne in die alte Besprechung reinhören. Also ich mochte die erste Season auch recht gern. Sie war allerdings so qualitativ manchmal ein bisschen eine Wundertüte. Also ich fand keinen Beitrag durch und durch schlecht oder was, aber manche halt fielen schon ein bisschen ab. Und das war hier, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dieses Jahr nicht so. Für alle, die Star Wars Visions jetzt nicht vielleicht so ganz so auf dem Schirm haben, auch die erste Staffel, magst du vielleicht mal kurz rekapitulieren, was jetzt genau das Besondere oder überhaupt das Konzept dahinter ist? Gut, soweit ich das verstanden habe, ist das Konzept, wir befinden uns im Star Wars Universum. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Viel Spaß. Genau. Und das finde ich so großartig, dass man einfach sagt, Leute, vergesst Kennen, vergesst die Regeln, die ihr kennt. Ihr seid jetzt in diesem Universum, ihr befindet euch da. Es ist eure große Spielwiese. Macht, was ihr immer schon machen wolltet. Erzählt die Storys, die ihr immer schon erzählen wolltet. Tobt euch aus. Und natürlich gut, es gibt ein paar Dinge, an die man sich halten muss. Also sowas wie, es gibt die Macht und es gibt die Guten und es gibt die Bösen. Also so ein paar Standardregeln. Aber im Grunde konnte man dann echt machen, was man wollte. Und als Besonderheit dazu kam dann eben noch hinzu, dass wir verschiedene Studios haben, die diese Filme produziert haben. Es ist ja animiert. Dass wir verschiedene Animationsstile haben. Dass wir verschiedene, natürlich klar, auch Storys haben, die wirklich komplett einmal durch die Bank weg alle möglichen Thematiken durchkreuzen. Verschiedene Figuren. Und das ist das, was mich daran so reizt. Dass du einfach wirklich machen kannst, was du willst. Und das war die Stärke, fand ich, dieser ersten Staffel und jetzt auch dieser zweiten. Dass du dann tatsächlich vielleicht auch mal überraschende Geschichten erzählt bekommst. Nicht nur optisch, sondern eben auch inhaltlich. Ja, in jedem Fall. Es ist, hatte ich ja schon gesagt, eine Wundertüte so ein bisschen. Jetzt bei der zweiten, für mich halt qualitativ nochmal eine ganze Stufe drüber. Aber das ist eben der Reiz. Also, Lukas Film hat denen auch wirklich maximale kreative Freiheit eingeräumt. Also, du hast natürlich gesagt, klar, gewisse Sachen kommen irgendwie mehr oder weniger überall vor. Aber auf der anderen Seite, das sind eben auch die Sachen, die ikonografisch Star Wars geprägt haben. Und eben nicht nur das Franchise, sondern auch die Fans. Und da merkst du, dass die bei den diversen Studios auch wirklich Fans sind, die gar nicht anders können, als solche Sachen mit reinzunehmen. Und wie du schon richtig sagst, es ist wirklich eine Spielwiese. Also, hier, Kathleen Kennedy, die Lukas Film-Präsidentin, hat es ja wirklich bezeichnet als so eine Art, ja, Cup irgendwie. Cup der guten Hoffnung oder eine Art Insel-Spielwiese eben. Es ist, also, wenn man es ganz knapp zusammenfassen will, es ist praktisch das für Star Wars oder für Disney Plus, was bei Netflix Love, Death and Robots ist, wenn du die gesehen hast zum Beispiel. Ja, Teile davon, nicht komplett. Aber das Konzept ist sehr ähnlich. Und ja, nachdem Staffel 1 ja wirklich ein reines, ich sag's mal, Anime-Festival war. Also, man hatte mehrere Anime-Studios. Ich glaube, ein oder zwei waren auch doppelt dabei, die eben neun Kurzfilme produziert haben. Und hier ist das Ganze noch ausgeweitet worden. Denn wir haben nicht nur Studios innerhalb Japans, sondern eigentlich, ja, rund um den Globus, würde ich sagen, ne? Genau. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, da musste ich auch ein bisschen lachen, dass die Studios, die jetzt mitgemacht haben, die erste Staffel gesehen haben und gesagt haben, Moment mal, warum waren wir da nicht dabei? Wir sind doch auch ein Aktionsstudio. So ein bisschen fühlt sich das hier an, dass hier so ein paar Studios dabei sind, die gesagt haben, hallo, hallo, ich auch, bitte. Und das tut dem Ganzen nur gut. Auf jeden Fall. Und ja, die kreative Energie, die ist ja da auch einfach gefördert worden. Also, man darf auch gerne in diese Making-of-Clips reinschauen, die man ja auch auf Disney Plus sehen kann. Einer der Vorteile von Disney Plus, dass man da ja Extras hat. Und ja, da werden die einzelnen Studios beziehungsweise die Kreativen kurz vorgestellt und kommen zu Wort und erklären eben auch, wie sie auf verschiedene Aspekte ihrer kleinen, aber feinen Werke gekommen sind. Und das ist wirklich, das ist durch die Bank. Also, wir haben Leute aus Spanien dabei, aus Indien, aus Südamerika, wirklich alles mögliche. Japan ist auch dabei, Südkorea, also wirklich ein bunter Blumenstrauß. Letztes Mal war es ja auch schon abwechslungsreich, aber also von der Stilistik her zumindest. Aber es war halt doch alles sehr klassisch im Anime-Genre verwurzelt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, die jetzt mit Anime nicht so wahnsinnig viel anfangen können, dass die sich da eher schwer mitgetan haben, aber dass jetzt wiederum diese Staffel deutlich leichter zugänglich sein könnte. Ja, und ich finde es auch ganz spannend. Ich habe da ja auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung, was so Animationsstile angeht. Aber ich fand es wirklich interessant, dass ich hier auch als Laie an der einen oder anderen Geschichte erkennen konnte, ach, das sieht genauso aus wie. Das heißt, das erinnert einen dann doch oft schon sehr stark an meistens den erfolgreichsten Filmen, den dieses Studio gemacht hat oder die erfolgreichsten Filme. Also, die Studios haben wirklich hier ihren Signature-Style genommen, für die sie bekannt sind oder für den sie bekannt sind und haben den dann wirklich reingepackt. Also, das ist, ja, ist schon toll. Das schlug sich dann auch schon in Staffel 1 nieder, wo du halt einen Kurzfilm hattest, ich glaube, The Ninth Jedi hieß, der war animiert von dem Studio Production IG. Das sind dieselben, die Ghost in the Shell zu verantworten haben. Ja. Und wenn du dir dann da zum Beispiel so das Spiel mit Licht und Schatten ansiehst oder generell auch so das Charakter-Design, da fand sich sehr, sehr viel wieder. Finde ich absolut großartig sowas. Ja, oder wo man es halt auch gesehen hat, das war ja die erste Folge, die mich so weggeblasen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, diese erste Staffel. Das Duell, das ja eben so dieses schwarz-weiß-artige Noir-Feeling verkörpert hat, zusammen eben mit dieser klassischen, ich würde sagen, Samurai-Optik oder wie auch immer es bezeichnen möchte. Also das hat mich auf jeden Fall so, wow, 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 das hat mich schon sofort überzeugt. Ich habe diese erste Folge gesehen und ich so, ich liebe es jetzt schon. Ja, wobei die Staffel ein Problem hatte, dahingehend für mich zumindest, also das war halt die beste Episode und die hatten sie direkt am Anfang. Das hat halt ein bisschen hohe Erwartungen geweckt. Es war interessant, die erste Staffel wurde tatsächlich mit so einem Bang eröffnet. Die Frage ist jetzt hier zur zweiten Staffel, war es da genauso? Denn ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt mal konkret in Medias Res gehen, dass die erste Folge mit dem Titel Sid optisch eine Art der Animation hatte, die ich so tatsächlich noch nicht vorher gesehen hatte. Definitiv nicht. Bevor wir jetzt wirklich in Medias Res gehen, kann ich nochmal rausschicken, also wir werden jetzt tatsächlich jede einzelne Folge zumindest ansprechen, also jetzt nicht, wer weiß, wie ausufernd, interpretationsmäßig, aber wir stellen auf jeden Fall jeder einzeln vor. Das heißt, neun Kurzfilme, alle gehen so zwischen, ja, plus minus Abspann, würde ich sagen, so 15, 16 Minuten, ne? Die Abspände bei Disney Plus sind ja auch immer so eine Sache für sich. Und ja, neun Stück an der Zahl, neun verschiedene Studios auch diesmal tatsächlich. Und also nur nochmal jetzt als Spoiler-Warnung an euch da draußen, es kann sein, dass wir vielleicht ein paar Sachen vorwegnehmen, weil wir eben auch über den eigentlichen Inhalt reden wollen, aber eben auch über die Stilistik. Und dann steigen wir jetzt wirklich ein mit, ja, dem ersten Film Sif aus, soweit ich weiß, Spanien. Das ist ja schon mal was Besonderes und das Studio dahinter, das erzählen sie im Making-of auch, wurde tatsächlich für diesen Kurzfilm gegründet. Und auch wenn der Autor und Regisseur, ja, der Autor und Regisseur Rodrigo, ich nenne ihn jetzt einfach mal Rodrigo Blas mit zwei A, hat schon an einigen Pixar-Filmen mitgearbeitet. Also beispielsweise findet Nemo die Unglaublichen und auch an der Netflix-Serie Trollhunters war er beteiligt. Aber ja, das ist dann jetzt wohl sein erster Kurzfilm und ja, du hattest es gerade schon angesprochen, die Stilistik ist hier wirklich außergewöhnlich. Bevor wir aber darauf eingehen, sag uns mal so in Grundzügen, worum geht es hier eigentlich? Der Titel sagt es schon, es geht im Grunde um das klassische Duell gut gegen böse. Wir haben eine weibliche Hauptfigur, die man am Anfang nicht so richtig einordnen kann, aber man erfährt dann relativ schnell, nachdem dann also ein Sith Lord sie jagt und dann auch findet, dass die beiden wohl miteinander verknüpft sind. Sie haben dann ein großes Duell und am Ende besiegt sie den Sith Lord, ja, aber unterschreibt damit mehr oder minder ihr Schicksal. Denn sie scheint ja offensichtlich, ich bin mir nicht ganz sicher, entweder ein ehemaliger Sith Padawan zu sein oder eine ehemalige Sith selber, die eben diesem in Anführungszeichen bösen Weg abgeschworen hat. Ja, also für mich ist, also wenn man jetzt zum Beispiel in der IMDb guckt, da steht tatsächlich a former Sith Apprentice. Also gut Schülerin. Genau, man kann davon ausgehen, dass das auch ihr ehemaliger Meister ist, der hinter ihr her ist. Genau, und da ist ja die Problematik, sobald sie ihn tötet, ist sie ja dann eigentlich der Nächste in der Reihe sozusagen. Genau. Und sie tötet ihn zwar, aber widersetzt sich dann eben diesem Ruf, danach eine Sith zu werden. Genau, er handelt dann selbstbestimmt an der Stelle, das Ende ist ja auch relativ offen. Ja, die Handlung ist, ja. Klassisch, oder? Sehr klassisch, ja. Ja, was allerdings sehr viel interessanter ist als die Handlung, also wobei ich betonen muss, dass Handlung und Stilistik eigentlich wunderbar ineinander greifen. Die Stilistik ist hier das wirklich, wirklich Interessante, weil das ist etwas, was man eigentlich so, zumindest in der Form und erst recht nicht so, sag ich jetzt mal böse, im Mainstream gesehen hat. Und, du sagst es. Es ist, das kann man auch im Making-of erfahren, sie haben auch teilweise tatsächlich sogar wirklich, also es ist natürlich mit Computer und so, aber sie haben auch einen Teil praktisch tatsächlich hergestellt. Und es sind ja auch 2D-Gebilde teilweise drin, also man kann es irgendwie schwer beschreiben, es ist so ein, ja, teilweise hast du das Gefühl, es ist ein wandelndes Gemälde irgendwie, ne? Genau, das wollte ich nämlich sagen, vielleicht müssten wir kurz mal erklären, was genau denn diese Optik ist. Du hast das Gefühl, du läufst durch ein Gemälde hindurch und sie ist die Malerin gleichzeitig. Genau. Das heißt, sie malt die Umgebung, in der sie sich befindet, selber. Und das Ganze, ja, ich weiß gar nicht, ich kenne mich mit so einem malerischen Stil nicht so aus, aber es ist sehr modern, es sieht sehr modern aus. So ein bisschen Jackson Pollock-mäßig, so mit vielen Spritzern, Farbspritzern und sehr farbig alles und so weiter. Und allein das finde ich schon sehr faszinierend, dass man das Gefühl hat, sie malt quasi ihre eigene Umgebung. Und ja, toll, ganz toll gemacht. Grandios. Also ich bin da wirklich, ich bin da so reingezogen worden und es ist ja vor allem auch, hatte ich ja schon gesagt, es ist auch jederzeit Teil der Geschichte. Also es ist nicht einfach nur da, um da zu sein, sondern man merkt eben, dass sie sich, und da merkt man auch deutlich, was da eben auch für Leute hinter sind, nämlich wirklich Künstler, die überlegen, wie sie ihre Faszination für die Themen von Star Wars wirklich künstlerisch ausdrücken. Und das tut sie auch, also sie drückt eben ihren Willen oder ihre Handlungsweise, drückt sie eigentlich sozusagen mit Kunst aus oder das, woran sie auch glaubt. Und der Haken ist dann nur, dass sie es irgendwie nicht bewerkstellig bekommt, die dunkle Seite in sich zu unterdrücken und das immer wieder schwarz sich in ihr, sag ich jetzt mal, Fingerfarbenbild mischt. Und am Ende lernt sie ja, das zu akzeptieren. Und das findet sich nicht nur da wieder, sondern dann auch im Duell mit ihrem Meister. Ihr Lichtschwert sieht halt auch nicht so, sag ich jetzt mal, handelsüblich aus, ne? Ich war mir tatsächlich inhaltlich lange Zeit nicht sicher, ob wir uns da tatsächlich auf einem Planeten befinden oder vielleicht auch nur in ihrem Gehirn. Ich hatte nämlich ursprünglich gedacht, dass wir hier im Grunde die innere Auseinandersetzung zwischen ihrem Guten und ihrem Bösen Ich, also der Kampf eben, soll sie sit werden oder nicht oder bleiben oder wie auch immer, dass wir das dargestellt bekommen eben in ihrem Kopf und dass es in ihrem Kopf so aussieht. Aber das war es am Ende vielleicht doch nicht, Fragezeichen. Also, dass du hier nicht so hundertprozentig klar das alles einordnen kannst, das ist auch gut. Also, das musst du auch für die Story nicht. Nee, absolut nicht. Wobei ich jetzt sagen würde, also ich würde dazu tendieren, dass es beides ist. Dass so diese Szenen, die wirklich abstrakt sind, dass die in erster Linie in ihrem Kopf sind, beziehungsweise ihr Inneres widerspiegeln, auch natürlich den Konflikt in ihr. Und das andere ist dann ja relativ, sag ich jetzt mal, geerdeter. Das ist, soweit ich weiß, soll das auf einem Asteroiden sein, wo sie dann ihr ehemaliger Meister aufspürt. Und, ja, sie irgendwie fordert, dass sie sich entscheiden soll. Also, ich muss sagen, ich fand den Ansatz, dass man hier eine Sith-Schülerin zeigt, die aber irgendwie, sag ich mal, der Ideologie entsagt hat und dann aber Schwierigkeiten hat, sich davon zu lösen. Das fand ich tatsächlich schon sehr spannend. Das brach auch dieses rudimentäre Gut-Böse-Schema auf. Und das ist ja am Ende eben auch die Botschaft, dass man eben sowohl die helle als auch die dunkle Seite jederzeit in sich hat. Und dass man das auch nicht unterdrücken kann, weder das eine noch das andere. Das ist auch eine Linie, die sich durch die ganze Staffel zieht, wie ich finde. Das eine kann ohne das andere nicht, ja, bestehen, koexistieren. Genau, genau. Kann ich alles so unterschreiben. Ja, es ist visuell auch einfach echt stark. Also, vielleicht ist es dir nicht so aufgefallen, ihr Lichtschwert, es ist ja nicht nur gelb. Also, dadurch kannst du ja auch schon sagen, es ist, ja, es hat nicht so wirklich die standardisierten Farben, die wir kennen. Das spiegelt natürlich auch irgendwie ihre Ambivalenz wieder. Sie hat es ja auch selber gebaut, ähnlich wie Rey, die ja auch ein gelbes Lichtschwert hat am Ende von Episode 9. Und es ist vor allem diesmal wortwörtlich zu nehmen, dass sie wirklich, also im Original heißt ja Lichtschwert oder Laserschwert Lightsaber. Und von der Form her sah das diesmal wirklich wie ein Säbel aus. Fand ich total bemerkenswert. Und das Schwert ihres Meisters, das hat ja richtig Funken gespielen. Da spielen sie ja auch sehr mit Helligkeit und Dunkelheit in der Szene, wo die sich duellieren. Es ist absolut großartig. Also, es ist, das Schöne ist wirklich, du hast diesen, also dieses relativ Bekannte mit dem Lichtschwert-Duell, aber wie es halt umgesetzt ist visuell. Und dass das eine das andere aber nie überlappt, das finde ich so großartig daran. Es formt alles ein großes Ganzes, das Visuelle und das Inhaltliche. Ja, und diese Art von visuellem Experiment, muss man ja dann doch tatsächlich sagen, auch für diese Art von Genre, das funktioniert glaube ich echt nur, wenn du eine ganz klassische Story hast, so wie diese hier. Ja. Denn die kennen wir, damit sind wir vertraut und dann verzeiht man auch, wenn man eben etwas sieht, was ungewohnt ist. Ich meine, wir beide mögen es. Es kann vielleicht auch Zuschauer da draußen geben, die das etwas befremdlich erstmal ansehen. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Aber tatsächlich, auch hier wieder Staffel 2, ich finde ein sehr, sehr starker Start. Ein sehr, sehr starker Start. Also der auch wirklich klar macht, dass wir hier teilweise jetzt wirklich in Gefilden sind, weil es ist komplett abstrakt. Also sowas visuell Eigenwilliges habe ich zuletzt vielleicht gesehen bei diesem hier Kurzfilm aus Frankreich, der damals nominiert war, den wir auch in unserem Kurzfilmcast damals hatten, darf man sehr gerne reinhören. Memorable hieß der aus Frankreich und der sah aus wie teilweise Gemälde von der Stilistik her und da ging es dann aber damit einher, dass die Hauptfigur dement ist und dass du halt wahrnimmst, wie sich seine, also durch seine Augen wahrnimmst, wie sich seine Umgebung halt nach und nach auflöst und sein Bewusstsein davon auch. Okay, okay. Aber hier, wie gesagt, also das, wenn du es halt dann auch hörst in dem Making-of, was sie sich dabei gedacht haben, sie sind eben Leute dahinter, ja, die sich eben künstlerisch ausdrücken, die das, was ihnen vorgeht, was sie empfinden, wie sie über gewisse Dinge denken, dass sie das wirklich in, in kunstvoller Form ausdrücken und dafür spricht ja auch bei diesem Film, dass ja auch nicht wirklich viel gesprochen wird, ne? Ja, und wenn, dann spricht sie im Grunde die ganze Zeit mit sich selber, in wenigen Worten. Ja, oder mit ihrem Droiden, der auch, äh, der auch echt toll gemacht ist. Klassischer Sidekick. Ja, aber schönes, schönes Design auch, spiegelt auch so ein bisschen ihre Persönlichkeit wieder, also machen wir es kurz, es ist, es ist ein grandioser Einstieg und womöglich, also sowas, dass man sowas im Star Wars Universum mal sehen würde, hätte ich nie und nimmer vermutet. Ja, und hier haben wir es wieder, frisch, neu, herausfordernd, ich, ich liebe es. Ja, und, äh, damit würde ich sagen, schreiten wir auch weiter, oder? Äh, auch wenn das natürlich dann eher ein bisschen vertraute Gefilde sind, äh, nämlich die von Cartoon Saloon, äh, die ja einige Filme schon, äh, gemacht haben, Song of the Sea, Secret of Kells oder zuletzt auch, äh, Wolf Walkers auf Apple TV Plus, den ich leider immer noch nicht gesehen habe. Ja, und da aber tatsächlich optisch wirklich ganz klar einortbar. Ja. Also ich hab das gesehen und es war sofort klar, welche, wer da dahinter steckt, ja, ja. Ja, das, also es ist unübersehbar, da, da sind wir dann schon eher so, äh, in dem, was man, äh, zumindest von denjenigen schon, äh, kennt und die Handlung kann man eigentlich auch relativ schnell abreißen, da ist irgendein, ich würde jetzt einfach mal sagen, imperiales Arbeitslager auf einem, äh, Planeten, der jetzt gar nicht so weiter definiert wird und ein junges Mädchen büxt dann aus mit zwei Freunden, um irgendwie einer Erzählung nachzugehen. Äh, äh, von, äh, von, äh, der sogenannten Kreischkluft im Original Screechers Reach und, äh, ja, stellen fest, dass dann an dieser Legende, die sich da umrangt, dann doch ein bisschen mehr dran ist, als man glauben möchte, ne? Genau. Und auch hier wieder die Frage nach Gut und nach Böse, grundsätzlich empfinden wir ja die Hauptfigur als gut, aber am Ende wendet sie sich dann doch dem Bösen entgegen? Mhm. Fragezeichen, also es ist auch hier wieder alles nicht so hundertprozentig eindeutig, beziehungsweise alles auch ein bisschen grau oder, oder was ist die Mischung von blau und rot, ich weiß es gar nicht, purple, also nicht nur blau oder rot, ja, fand ich, fand ich ganz interessant. Die Story an sich war, ja, es ist okay, es ist halt auch wieder so eine klassische Geschichte, die hat mich gar nicht so vom Hocker gerissen, was ich hier aber ganz niedlich fand, war die Figuren, die Charaktere, die hier zusammen unterwegs sind, die doch es irgendwie hinbekommen haben, also die Macher dahinter, die so, in so kurzer Zeit mir irgendwie ans Herz wachsen zu lassen. Also ich mochte die irgendwie alle, ich mochte auch die zerrissenheit der Hauptfigur, die eben nicht so richtig wusste, also wenn ich jetzt mein Schicksal in die eigenen Hände nehme, muss ich meine Freunde zurücklassen und die Freunde, die dann halt eben völlig niedergeschlagen, zurückgelassen werden. Das war am Ende dann doch alles sehr, ja, schön, also war so ein bisschen herzerreißend. Ich muss allerdings gestehen, dass ich bei der Hauptfigur, also nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, aber ich war bei der Hauptfigur bis zum Schluss am Überlegen, ob es jetzt ein Mädchen oder ein Junge ist. Ja, da war ich mir auch erst nicht sicher, aber war dann relativ schnell bei Mädchen. Ja gut, spätestens am Ende, ne? Das Ende, was ja auch relativ offen ist, da hat ja dann auch Angelica Houston eine kurze Sprechrolle als Sith Mother und da kann man dann schon dran sehen, ja, dass derjenige wahrscheinlich erst mal nicht unbedingt zum Jedi ausgebildet wird, ne? Genau, aber das, denke ich, war schon recht schnell klar, genau. Und wo man es dann auch dran erkennen kann, natürlich ist immer im Vorspann, denn der Vorspann hat ja immer diesen Schriftzug Visions und bei denen, wo es quasi um so ein Sith-Thema geht, ist er immer rot und bei denen, wo es um eben ein Jedi-Thema geht, ist es immer blau. Ach okay, es ist mir gar nicht, ich, ich, weil, blau, ich meine, das wäre jetzt einfach bei den, bei den, ne, ne, übersprungen, ne, übersprungen habe ich nicht, aber. Also ich bilde mir ein, dass es tatsächlich, dass es da tatsächlich eine Logik dahinter gab. Okay, dann müsste ich. Ich habe es jetzt nicht nochmal komplett, komplett überprüft, aber ich bildete mir ein, dass es so gewesen wäre. Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt keinen Mist behauptet. Okay, weil ich habe jetzt im Hinterkopf, dass es bei Season 1 halt in blau ist und Season 2 grundsätzlich in rot. Gut. Nein, wir hatten auch blau bei Season 2. Okay, ja gut, dann, oh, ja gut, das ist mir echt nicht aufgefallen. Aber wie gesagt, wir gucken jetzt nochmal nach und das Lichtstift schaltest du raus. Alles gut. Fände ich, fände ich ja eine schöne, äh, stilistische Spitze auf jeden Fall. Also was mich angeht, also ich fand es, ja, erzählerisch, äh, sag ich mal, funktional auch relativ. Visuell ist es halt das, also wenn man halt wusste, dass Cartoon Saloon dabei ist und dann wusste man auch irgendwann, wann die kommen. Es ist, ja, es ist halt so ein bisschen das, was man von denen kennt, ne? Also das ist jetzt kein Höhenflug, äh, äh, anders als jetzt hier das Studio aus Spanien, El Guiri, Guiri, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, tu ich wahrscheinlich eh nicht, egal. Ähm, haben die halt eben, in Anführungsstrichen, den Nachteil, dass sie schon etabliert sind, ne? Aber, äh, insgesamt trotzdem eine gute Geschichte. Ich find's, also da kann ich mich auch anschließen, ich find's bemerkenswert, wie man in so wenig Zeit, äh, so relativ viel erzählen kann einfach, ne? Was auch funktioniert. Absolut, ja, es ist wirklich eine solide zweite Episode, das macht weiterhin Geschmack auf mehr, aber es nimmt nicht zu viel vorweg, also, äh, ich finde, das ist eine gute Stelle, um so eine Episode da zu platzieren. Äh, da hätt ich allerdings eine Frage, äh, hast du die, ähm, nach der Reihenfolge geguckt oder kreuz und quer? Ja, nein, der Reihenfolge nach tatsächlich. Okay. Hast du's, äh, kreuz und quer geguckt? Äh, ich weiß gar nicht, warum, ich hab die hier als allerletztes geguckt. Ah, okay. Ähm, weil ich die halt, ja, also, die anderen fand ich visuell so von den Bildern her interessanter, es liegt aber auch daran, dass ich ein, ein wahnsinnig großer Stop-Motion-Fan bin und da kommen wir dann ja gleich zu, noch mehrere Male. Ja, ja. Aber ansonsten hab ich die eigentlich doch relativ straight in der Reihenfolge geguckt und, äh, ach ja, man, man kann's halten, wie man möchte, also, es ist, äh, ja. Ich frag mich halt, also ja, kann man, das ist ja auch das Schöne daran, ich frag mich nur bei sowas immer, so wie wenn du als Musiker eine CD machst, du machst dir irgendwie monatelang Gedanken, in welcher Reihenfolge du das am besten repräsentieren kannst, damit du eben ein Highlight hier setzt, ein I-Punkt da, eine rote Unterstreichung dort, also weißt du, dass du so die perfekte Abfolge hast und dann kommen wir daher und sagen, ach, ich guck's mal durcheinander. Ja, also, ich glaube, die haben sich da schon was beigedacht, nichts ist so trotzdem, na klar kann man das natürlich auch. Ich mein, gut, man, man müsste dann jetzt überlegen, ich mein, die, die sind ja wirklich alle unabhängig voneinander entstanden, die Kurzfilme und, äh, auch wenn es eine gewisse Linie gibt, ist es jetzt nicht so, dass die, äh, inhaltlich untereinander kommunizieren, das würde ich jetzt nicht sagen. Nein, das nicht, aber ich denke, man hat schon sich vielleicht Gedanken gemacht, in welcher Reihenfolge man wann wie welchen Film zeigt, dass man mit was Starkem einsteigt, dann hat man etwas als zweites, was solide ist und immer noch gut, aber halt nicht das erste überschattet und dann haben wir, äh, vielleicht als dritte wieder was, was ein bisschen stärker ist und so weiter und so fort. Also, ich glaube, da hat man sich dann schon Gedanken gemacht, ähm, ja, aber wie gesagt, zweiter Teil solide, schön und, ja, next one. Next one. Ja, äh, dann stoßen wir damit tatsächlich in andere Gefilde vor, ich hatte es ja schon, äh, angedeutet, in The Stars, beziehungsweise in den Sternen, äh, im Deutschen, vom Studio, äh, Punk Robot aus Chile. Noch nie von gehört, aber ja, gut, Chile ist ja auch ein bisschen abseitiger. Und ja, es ist ein Stop-Motion-Werk, äh, allerdings jetzt nicht so die Art von Material, die man so häufig sieht. Ich weiß gar nicht, konntest du dir wirklich so erschließen, äh, woraus diese Charaktere gemacht sind? Ich glaube, es ist tatsächlich auch Knete, also, oder was man da immer, so diese Knetform, diese Knetmasse, aber es ist völlig anders, es ist völlig anders modelliert, als man das, also, als ich das kenne mit dieser Art von Material. Also, es ist schon, es ist so ein bisschen, wie wenn du, ähm, ne, also Statuen aus Holz rausschnitzt. Es ist sehr kantig, sehr hart, in der Art und Weise, wie es modelliert ist, aber das gefällt mir, weil ich Stop-Motion tatsächlich persönlich eher mit so Comic-artigen Figuren verbinde, die ein bisschen runder und weicher sind, äh, anstelle jetzt wie das, was wir hier in dieser Animation sehen. Ja, scheint mir fast auch ein bisschen am, äh, Look, also, so, es erinnerte mich ein klein wenig an die Stilistik, die wir eben von Clone Wars kennen. So, dieses, dieses Holzschnitt-artige, gerade bei den Gesichtern, also, bei Clone Wars, die sehen ja manchmal fast ein bisschen aus wie, ja, fast wie Marionetten, so ein bisschen, ne? Naja, naja, gut, bei Clone Wars, wollte ich gerade sagen, ist, das ist es ja auch, das Konzept dahinter. Also, die, die, tatsächlich, ähm, ja, jein, also, pff, ich finde die dann hier tatsächlich, die Figuren hier tatsächlich noch detailreicher, aber ja, es hat so ein bisschen gleiche Anklänge, das stimmt. Äh, wir müssen aber mal kurz aufklären, worum es eigentlich geht, äh, in, in, in den Sternen, magst du das kurz machen? Ja, es geht um zwei Schwestern, die offensichtlich die letzten auf dem Planeten sind, auf dem sie sich befinden und, äh, der Planet ist, äh, vom Imperium besetzt, die haben dort Fabriken aufgestellt und haben dann da eben das, was auf dem Planeten zu finden ist. Man erfährt dann nicht so richtig, was es ist. Also, es, auf jeden Fall haben sie das da geerntet und dabei den Planeten zerstört. Es gibt also kein normales Trinkwasser mehr, et cetera, et cetera. Und diese zwei Schwestern sind eben die letzten, die übrig sind und man erfährt dann später, dass deren Mutter wohl Jedi war oder zumindest, äh, äh, stark in der Macht. Und, äh, die Mutter, äh, die Anführerin eben, äh, des gesamten Dorfes war, die sich dann versucht haben, gegen das Imperium zu stellen, um den Planeten, äh, zu retten. Und dabei sind eben alle gestorben, nur diese beiden Schwestern sind noch übrig. Und sie versuchen jetzt halt eben in dieser harschen Umgebung zu überleben und das bedeutet aber auch, dass sie dann immer Trinkwasser vom Imperium stehlen müssen. Und da kommt es eben jetzt zu einer letzten Auseinandersetzung zwischen den Geschwistern und dem Imperium. Genau, das Imperium, äh, dargestellt durch eine Offizierin, gesprochen von Kate Dickey, die kennt man vielleicht aus Game of Thrones, äh, oder auch ein paar anderen Sachen. Die wiederum vom Design her, hat die mich so ein bisschen an Isle of Dogs irgendwie erinnert, von, von, äh, hier Wes Anderson. Und ähnlich aufwendig ist auch diese Produktion hier, weil, also, es ist ja wieder nur 10, 15 Minuten geht der Film über den Daumen. Und es ist wirklich großartig, was die hier alles errichten in der kurzen Zeit, ne? Also, äh, nicht nur, dass sie von diesem, äh, äh, Schwesternverhältnis erzählen, was sehr, sehr schön ist, vor allem dann auch erstmal, also, wie, wie erstmal die ganze Vorgeschichte rekapituliert wird, ist grandios umgesetzt als Wandmalerei mit Licht praktisch und, ähm, dann später dieser ganze Komplex vom Imperium, was ja auch irgendwie so, ähm, industrialisierten Touch natürlich wieder hat. Meine Güte, sind das tolle Details, oder? Ja, also, wenn jetzt, äh, äh, wir haben ja gesagt, Sci-Fi, und dazu gehört ja auch Star Wars, ist immer dann am besten, wenn es, äh, im Sci-Fi-Thema verpackt, reale Dinge aus der realen Welt erzählt und oder kritisiert. Und wenn dieser Film keine, äh, Geschichte über Umweltverschmutzung und Zerstörung der Umwelt etc. ist, ja, dann weiß ich auch nicht was, ja? Unabhängig von der Schwestern, unabhängig von der Schwestern-Geschicht, die einfach eine, eine ganz wunderbare Story erzählt. Es ist auch keine neue Geschichte, die wir hier repräsentieren, die wir hier gezeigt bekommen, gerade mit den Schwestern auch, aber es funktioniert super. Ja, und ja gut, aber vielleicht wollen wir dann auch jetzt erstmal zu dieser Folge gar nicht mehr erzählen. Ähm, weil wir dann sozusagen das Ende spoilern würden, aber es war auf jeden Fall optisch auch wieder ganz toll. Und hier tatsächlich im Mittelpunkt natürlich diese zwei Schwestern. Ja. Eine, eine wunderschön erzählte Geschichte. Einfach eine, wirklich eine kleine Familiengeschichte. Im Star Wars-Universum. Ich hatte, ich hatte ja schon, äh, irgendwie, äh, Clone Wars als Referenz angemerkt. Es hätte auch durchaus Staffeln, also, äh, Clone Wars hast du ja nie so wirklich gesehen, meintest du? Immer in Auszügen, ja. Äh, äh, ist noch ein, ein großer weißer Fleck. Also, da gibt es Folgen, äh, die hätten durchaus auch so, ähm, aussehen können von der Handlung her, sag ich mal, ne? Ähm, äh, äh, weil Clone Wars hat durchaus auch mal, äh, also das, das ist ja das Schöne daran, äh, dass man da auch irgendwie Nebenfiguren hat, die dann auch wirklich die Serie nur selber, äh, entwickelt hat. Ähm, ähm, und, äh, ja, die man dann halt durch irgendwelche Nebenstränge verfolgt, die dann teilweise interessanter sind als, als die der Hauptfiguren. Na, das, äh, das ist schon immer eine große Stärke gewesen. Und generell aus so diesen ganzen, diesen ganzen, ja, intergalaktischen, äh, Konflikt oder halt den Krieg eben darzustellen in all seinen Facetten, das hat ja Clone Wars auch gemacht. Also, da gibt es ja zum Beispiel auch eine Folge, die ist eine riesige Referenz, äh, an, äh, eben auch hier Akira Kurosawa und so, äh, und da geht es halt auch um Pazifismus. Also, halt Leute oder Völker, die sich raushalten wollen aus dem Krieg, deren Planet dann besetzt wird und, äh, dann, dann, weiß ich nicht, weigern die sich sehr, sehr lange überhaupt Widerstand zu leisten. Und ja, am Ende haben sie dann zwar gewonnen, aber dann eben auch eine imperiale Besatzungs-, äh, eine republikanische Besatzungsmacht dann auch eben auf ihrem, äh, Planeten, als sie sich dann irgendwie klar positionieren. Aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, ist vielleicht auch ein bisschen ernst, denn, äh, im nächsten Kurzfilm wird es ein bisschen, ja, heiterer. Aber apropos Referenz, der nächste Kurzfilm heißt ja I am your mother. Ich sage nur I am your father. Ja. Also, wenn das nicht die ikonische Line, die der ikonische Satz aus Star Wars ist und ich finde das so großartig. Allein schon mit dem Titel wird da so viel auf den Arm genommen und umgedreht, es ist, es ist toll. Ja, und wer nimmt auf den Arm und dreht um, das, äh, sagen die Verantwortlichen auch, äh, im Disney-Making-of, dass sie immer so ein bisschen, bisschen schräger sind und auch teilweise fast ein bisschen respektlos. Das ist natürlich die britische Animationsschmiede Artman, die Macher von, äh, Wallace und Gromit, Shonda Schaaf, etc. Äh, die sind ja jetzt eigentlich auch eher bei Netflix beheimatet mittlerweile, haben da auch einen sehr guten Kurzfilm gemacht. Den haben wir auch besprochen, kann man sehr gerne reinhören mit dem Lasse und mir. Wir sind zwei sehr, sehr große Artman-Fans und ja, ich muss schon mal sagen, also ich bin, ich bin wirklich, ich bin ganz, ganz großer Artman-Fan. Deswegen dachte ich auch wirklich, dass das hier mein Highlight wird, weil ich dachte mir so, mein Gott, Atmen bei Star Wars, das kann nur großartig werden. Okay, ich höre das große Aber. Ja, ach, nicht, nicht direkt eine Aber, also ich, ich war halt, äh, mit der Einstein rangegangen und ich mochte es zwar, aber es war nicht für mich der Höhepunkt des Ganzen. Nein, aber ich finde tatsächlich, dass es eine der stärkeren Filme waren, also der, innerhalb der Reihe, die wir dann sehen. Also das gehört schon für mich mit in die Top 3 mit rein, für mich persönlich. Natürlich. Einfach auch, also diese Art von, äh, weil du ja über Stop-Motion gesprochen hast, diese Art von Stop-Motion ist tatsächlich die Art, an die ich gedacht habe. Also ich kenne tatsächlich eher so die Atmen-Studio-Schule, äh, beziehungsweise noch das bisschen, was ich aus den 80ern auch aus meinem eigenen Kinderprogramm her kenne, wobei da natürlich auch viel so mit Knete und so natürlich gemacht wurde. Also das ist ja diese Tradition eben auch. Und ich finde dafür, dass es Atmen ist, ja, also der Stil ist schon eindeutig, aber ich hätte mir mehr viel runde, knubbelige Nasen, Ohren und Pfoten irgendwie erwartet, ehrlich gesagt. Also noch ein bisschen, noch ein bisschen cuter, noch ein bisschen süßer. Nichtsdestotrotz hat mir das sehr gut gefallen und ich finde dieses, ich fand die Story auch einfach nett. Es wird die Geschichte erzählt von der jungen Pilotin Annie, die, ähm, auf einer Academy ist, um zu Pilotin ausgebildet zu werden. Da übrigens auch sehr schön ironisch, wer ist der große Held im Piloten-Universum? Ja, Wedge Antilles, sogar gesprochen vom Original-Darsteller aus den 70ern, also hier, äh, Dennis Lawson. Äh, schöner Gastauftritt. Ja, der der Academy, glaube ich, sogar vorsteht und der dann immer für sich und sein Merch-Werbung macht, ist wirklich ganz großartig. Und da ist eben, ja, ja, super. Und da ist eben der große Familienrennentag, das heißt, die Schüler können ihre Eltern einladen und treten dann gegeneinander in einem großen Rennen an. Und Annie hat ihre Mama nicht gefragt, ob sie mit ihr an diesem Rennen antreten möchte, obwohl sie bei diesem Rennen eigentlich unbedingt mitmachen will, weil ihre Mutter ihr peinlich ist. Und das kennen wir doch irgendwie alle, oder waren uns, unsere Eltern waren uns doch allen irgendwann mal peinlich. Besonders in dem Alter, ich glaube, das ist so Teenager-Alter, so typisch, was hier gezeigt wird. Man kann das also schon irgendwie verstehen. Und natürlich, es kommt, wie es kommen musste. Äh, die Mutter stolpert mehr oder minder, äh, zu dem Rennen und erfährt dann, dass es das gibt. Und dann treten sie natürlich doch gemeinsam an. Gegen Bulli und Erzfeind von Annie natürlich. Eine Mitpilotin, die sie überhaupt nicht leiden kann. Und dann kommt es zum großen Showdown. Und natürlich aber auch zur großen Versöhnung zwischen Mutter und Tochter, die feststellen, sie sind sich doch ähnlicher, als sie vielleicht von vornherein dachten. Und deswegen auch dieses Ich bin deine Mutter. Ja, äh, der Titel hat mich erst so ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Und ich hab irgendwie... Echt? Ich fand's super. Ich hab, ich, ich, ich weiß nicht warum, ich hab diese Gegenkehrung, hab ich erst verstanden, als ich den, den Making-of-Clip geguckt habe. Ich hab da irgendwie... Vielleicht auch, weil du hier die deutsche Überschrift hattest. Also, wenn du gelesen hättest, I am your mother, dann wär's vielleicht deutlicher gewesen, als ich bin deine Mutter. Ja, ja, weil das, das klingt halt so ein bisschen... Ähm, also, es ist, es ist unverkennbar ein Atmen-Film. Durch und durch, äh, auch wenn man jetzt weniger knubbelige Nasen hat. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir eben hier auch, äh, Alien-Charaktere haben. Das sind ja irgendwie, äh, Twi'lek. Also, die kennt man ja auch wiederum aus, äh, Clone Wars. Und hier wird einmal sogar die Ryloth-Rolle erwähnt. Ryloth ist der, äh, Heimatplanet, äh, der Twi'leks in, äh, Clone Wars. Und, will ich noch grad sagen, hättest du jemals gedacht, dass ein Wookie in Knet-Material ein, also, aussehen könnte als hätte Fell? Ja. Es ist unglaublich, wie sie das hingekriegt haben von der Textur her. Ich liebe es, es ist super. Ja, die sind halt wirklich, die sind, die sind Meister, was das angeht. Also, ähm, ich muss, ich muss dazu sagen, ähm, was ich ja sehr mochte an der ersten Staffel Clone Wars, äh, Visions, dass du sehr, sehr wenig Fanservice hattest. Also, du hattest hier und da mal bekannte Elemente drin, aber es wirkte nie so raufgedrückt. Jetzt hier bei dem Film, ähm, also, ich würd nicht sagen, dass es erzwungen ist, aber es ist schon sehr viel. Auf der anderen Seite sind es aber auch so eben Sachen, für die man Atmen kennt. Also, dass halt im Hintergrund da alle möglichen Sachen versteckt sind. Und ich fand das, ich fand das schön gestaltet. Also, weiß ich nicht, dass der, dass der, äh, Hund der, äh, der Kleinfamilie sozusagen eigentlich ein, äh, umkonstruierte R2-Einheit ist. Äh, das einmal irgendwie, bei einem, bei einem Schweißbrenner irgendwie ein Mandalorianer-Helm zu sehen ist und so. Das wirkte, das wirkte auf mich nicht aufgesetzt. Und das ist eben, hatte ich ja schon, äh, erwähnt, das ist eine Stärke, für die man Pixar einfach kennt. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel mal den Abspann von manchen Pixar-Filmen gesehen hast. Beispielsweise hier von, äh, die Piraten, ein Haufen merkwürdiger Typen. Ähm, im Abspann sind alle möglichen, äh, falschen Props oder Etiketten oder sonst was zu sehen. Oder, oder Schilder, keine Ahnung was. Also eben alles, was so diese Welt bevölkert und lebendig macht. Und, äh, also wirklich das, du kannst den ganzen Abspann damit füllen. Und dass sie hier für so einen wirklich zehnminütigen Kurzfilm so einen Aufwand auch betrieben haben, was den Detailreichtum angeht, das find ich schon sehr bemerkenswert. Ja, ja, kann, äh, absolut. Ja, und also wie gesagt, ich fand's einfach nur großartig. Und ich hab aber auch das Gefühl, weil du eben von Fans, weil wir so auch sprichst, ich hab das Gefühl aber, dass es hier eben von einem Fan für Fans ist. Richtig. Es fühlt sich eben nicht so an, als ob das nur so draufgedrückt wäre, um sich die Fans irgendwie heischend beizuholen. Sondern es ist eben was, wo man das Gefühl hat, ja, die Macher dahinter, äh, haben da auch Freude dran. Es ist genau das, was sie selber cool finden. Und sich wahrscheinlich gedacht haben, ja, und wenn ich das noch reinbringe, dann finden die anderen das bestimmt auch cool. Wenn ich das cool finde, dann ist das quasi auch cool für euch. Ja. So nach dem Motto. Und deswegen funktioniert das eben auch. Absolut. Nee, da würde ich, da würde ich auch mitgehen. Das ist eben das, was ich meinte. Die Leute sind halt, äh, also diejenigen, die das gemacht haben, man merkt, die sind da einfach popkulturell von geprägt und einfach auch mit aufgewachsen. Ja. Und, ähm, das Interessante ist, was, äh, die Regisseurin, äh, Magdalena Ossinska erzählt, die ist gebürtige Polin. Mhm. Und wenn du das dann jetzt auch so auf ihre, äh, Geschichte überträgst, also dieses Mutter-Tochter-Verhältnis und dann auch dieses Gefühl, vielleicht nicht so wirklich so dazuzugehören teilweise, ne, oder vielleicht auch ein bisschen Außenseiter zu sein und sich vielleicht auch ein bisschen für die Kultur der Eltern manchmal dann auch zu schämen in der Schulzeit. Das findet sich da irgendwo alles wieder. Ja. Und sie hat halt gesagt, sie hat sich hingesetzt und überlegt, ja, was, was mag sie an Star Wars? Ist es die Action? Sind es die Figuren? Und dann hat sie aber eigentlich für sich so entdeckt, es sind die, die Beziehungen der Figuren untereinander. Und das hat sie hier dann damit umgesetzt, ne? Und auch wenn das nur zehn Minuten sind, ähm, weißt du, wie lange sie an dem Film gearbeitet haben? Ja, das will ich gar nicht wissen. Ich glaube, ist es nicht so irgendwie mal vier oder mal fünf oder vielleicht auch mal zehn, ich weiß es nicht. Ähm, also normalerweise ist es ja beatmend so, dass man mit diesem Stop-Motion-Verfahren zwei Sekunden-Film am Tag herstellt. Das ist also ganz ursprünglich. Natürlich haben sie jetzt dann auch in mir noch verschiedene Teams und es sind ja auch nur zehn Minuten, aber sie haben unglaublich viel Arbeit und Zeit in das Design der ganzen Figuren gesteckt und eben auch in die, in die ganze Welt. Das ist ja, ist ja schon wirklich beeindruckend für zehn Minuten, was sie da alles für Bauten präsentieren. Und, ähm, also auch diese Akademie und dann diese Rennstrecke und so, ne? Oder überhaupt die ganzen Action-Szenen. Äh, sie haben da wirklich anderthalb Jahre dran gebastelt. Ja gut, das wundert mich nicht. Das ist wirklich, es ist, ich glaube, den Film oder diesen, dieses Filmchen könnte man echt Frame für Frame durchgehen und man würde immer was Neues entdecken. Ja, ja. Das ist schon großartig. Übrigens eine meiner Lieblingsstellen im Film, als der Wookie-Pilotenschüler mit seiner Familie fliegt. Ich meine, es ist natürlich Comic Relief, aber, äh, seine Eltern, äh, da im Hintergrund eben schreiend im Raumschiff sitzen und er dann eben steuert, weil er so wild fliegt und diese drei Wookies, die da eben, äh, mit zotteligem Fell schreiend in ihrem, in ihrem Raumschiff, äh, da das Rennen fliegen, großartig. Ich liebe diese Szene so sehr. Also, es macht einfach Spaß. Ja, ein, ein Moment war halt typisch Atmen, wo irgendwie, äh, die sich so gegenseitig mustern und dann der Wookie irgendwie, also, dass das Wookie-Kind irgendwie seinem, äh, Plüschtier oder was beide Arme rausrupft, was ja auch eine Anspielung darauf ist, von wegen, ein Wookie, äh, dreht einem den Arm aus dem Gelenk, wenn er verliert. Äh, und das, das ist halt der typische Atmen-Humor, der hier dann schon durchkam. Es ist, es ist natürlich hier schon ein bisschen braver als jetzt in sowas wie Wallace und Gromit, äh, oder, oder Sean das Schaaf, das ist ja da schon wirklich so Anarcho-Humor, aber es hat dahingehend auch funktioniert. Ja, für mich ist die Geschichte so ein bisschen, ja gut, sie, sie, sie ist halt sehr einfach, aber funktioniert schon irgendwo. Es ist, es ist auch schön erzählt, das muss man sagen. Es ist auf der anderen Seite auch etwas, also, äh, ich hab, äh, in Anführungsstrichen das gleiche Problem, wirklich in Anführungsstrichen mit dem Film, wie mit dem von Cartoons Saloon. Es ist, sie haben halt das gemacht, äh, was man so von ihnen erwartet hat und was man, was man kennt, ne? Ja, dann ist halt die Frage, sind deine Ansprüche vielleicht zu hoch? Ja. Also, wie sieht das jemand, der vielleicht sich da nicht so auskennt? Ich weiß es nicht. Ist gut möglich, also, es ist jetzt auch, äh, ich fand den, also, das kann ich schon mal sagen, ich fand bisher, oder in der Staffel fand ich wirklich absolut jeden Film mindestens sehenswert. Und der hier ist auch, also, schon von der handwerklichen Warte ist das einfach, wirklich, daran kann man auch noch mal merken, die haben denen wirklich maximale Freiheiten gegeben. Und wenn dann deren eigene Stärken hier durchkommen, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Keine Frage. Ja, das ist genau das. Eure Spielwiese, auf geht's. Richtig. Und auch da nicht irgendwie, weiß ich nicht, weil, du hast schon recht, also, bei anderen Welt, irgendwie so, oh, ja, wir müssen das und das drin haben. Und das war ja in Staffel 1 auch schon nicht so. Da tauchte dann, ja gut, leider dann bezeichnenderweise in der für mich schwächsten Episode hier Tatooine Rhapsody, äh, tauchte da mal Boba Fett auf oder so. Aber ansonsten nichts großartig. Und es ist ja auch alles sehr schön, äh, losgelöst vom, äh, vom Kennen auch, ne? Das ist ja auch das Schöne, dass sie da nicht irgendwelche Zwänge haben, sondern dass sie machen können, was sie wollen. Und das, ähm, schlägt sich dann auch in der nächsten Episode wieder, die im Deutschen einfach nur heißt, Reise zum dunklen Kopf oder zum dunklen Haupt. Und da denkt man sich so, wurs? Ja. Hier haben wir wieder das, was ich so als typischen Anime-Style bezeichnen würde. Also so als Laie. Ja. Da steckt dann dahinter das Studio Mia aus... Aus Südkorea. Ah, danke. Ja, gut, dann klärt uns natürlich auch, warum das für mich so einen typischen Anime-Style-Look hat. Ich, ja, also ich kann wie du auch nur sagen, dass ich sämtliche Storys gut finde. Und auch diese Story fand ich wieder gut. Sie war aber auch so ein bisschen so, ach, ich weiß nicht. Also das Team, das wir hier gezeigt bekommen, finde ich gut. Es geht nämlich um eine Mechanikerin und einen jungen Jedi. Die beiden gehen auf gemeinsame Mission. Und die Mission ist es, die Mechanikerin kehrt auf ihren Heimatplaneten zurück. Dort gibt es zwei große Statuen. Einen Kopf, der die gute Seite der Macht anzeigt und einen, der die schlechte Seite der Macht oder die böse Seite der Macht anzeigt. Und sie ist der Meinung, ihr Schicksal ist es, die Statue, die die böse Seite der Macht anzeigt, zu zerstören, um damit in der bösen Seite der Macht eine Delle zu schlagen. Ich konnte da nicht so richtig durchbringen. Einen Kopf abschlagen. Die Erklärung, die wir da bekommen, die ist auch irgendwie nicht so, also du bist der Meinung, dass wenn du den Spiegel zerstörst, du auch das zerstörst, was der Spiegel zeigt. Das ist total unlogisch. Aber nichtsdestotrotz ist das ihre Mission. Und der junge Jedi, der mitgeschickt wird, der soll eben, ja, ich weiß nicht, sie beschützen oder aufpassen oder was auch immer. Und dieses Team, das dann gezeigt wird, die beiden als Team zusammen, das finde ich ganz schön. Am Ende gehen die da auch als Team gemeinsam aus dieser Aufgabe raus und haben hoffentlich noch ganz, ganz viele weitere Abenteuer vor sich. Zumindest wirkt es so. Aber die Geschichte an sich, die ja im Grunde als Kernaussage hat, was wir schon auch am Anfang hatten, was du auch schon gesagt hast, nämlich gut und böse halten einander die Waage. Also das eine braucht das andere. Es kann nicht nur das eine geben oder nur das andere, sondern du hast immer Potenzial für beides. Und je nachdem, ja, in welcher Generation wir uns befinden oder welche Story erzählt wird, ist das eine mal stärker und mal das andere. Aber man kann eben nicht eins komplett wegnehmen. Es wird immer das andere geben. Also das ist halt so die Kernaussage. Und auch das ist keine neue Geschichte. Also das haben wir tausendmal gehört, auch schon in Star Wars. Bei weitem keine neue Geschichte. Das ist auch der Kurzfilm, der am ehesten so rein jetzt optisch eben auch in Staffel 1 vielleicht sogar besser reingehört hätte. Auf der anderen Seite schlägt es dann ganz gut den Bogen insbesondere zu Sith zum Beispiel. Ja. Weil man eben dann in diesem Jedi-Schüler auch jemanden hat, der hat ja, glaube ich, seinen Meister an einen Sith verloren. Und der hat ihn aber nicht getötet, sondern ihm gesagt, ja, ich spüre die dunkle Seite in dir. Und wenn du bereit bist, dann such mich auf. Und dann gibt es ja am Ende auch noch mal eine Begegnung. Was ich sehr schön finde an dem Ganzen, dass das so vage gehalten ist. Weil im Making-of erzählen die Macher, dass das viele, viele, viele tausend Jahre eigentlich angelegt sein soll vor Episode 1. Oh, hey. Also das heißt noch wirklich so in der frühen Phase der Jedi. Und das deutet ja auch dieser Jedi-Rat, an dem wir ja auch eher nur so ein bisschen rudimentär hier sehen. Und das Ganze bekommt auch noch mal eine mystische Ebene dadurch, dass ja diese Mechanikerin von einem Planeten stammt, wo irgendwie, boah, kriege ich das jetzt zusammen, wo der Himmel auf jeden Fall irgendwie Prophezeiungen macht. und die sich dann niederschlagen über den Regen auf irgendwelchen Steinen, die dann interpretiert werden. Also ... Aber das Schöne daran ist, und da haben wir im Grunde schon direkt am Anfang des Films, die Endaussage des Films. Denn sie sagt ja, diese Prophezeiungen, die wir hier sehen, die würden ja vielleicht den Krieg, der da draußen herrscht, beeinflussen. Also man könnte ja eigentlich die Infos, die wir haben, nehmen und die weitergeben an die Jedi und könnte ihnen dadurch helfen. Und dann sagt dann ihr Meister, ich sag mal der große Bibliothekar, nein, dafür sind diese Nachrichten nicht da und dafür sind wir nicht da. Wir sind nur diejenigen, die das aufzeichnen. Wir sind die große verwaltende Bibliothek. Denn, sagt er, gut und böse, Krieg, hat es immer gegeben, wird es immer geben und wir können daran auch nichts ändern. Und also immer dieses, und das ist ja auch genau das, was wir am Ende als Kanaussage auch haben, es wird gut und böse in irgendeiner Form immer geben. Und es bedingt sich. Und diese Passivität, das ist ja das, was der Hauptfigur eben die Probleme bereitet. Aber ich fand so diesen Gedanken so schön, dass es irgendwo im Universum eine Stelle gibt, die das alles aufschreibt und beobachtet. Und irgendwie, ja, also irgendwie, das fand ich nett, so ein Bibliotheksplanet, das lag mir irgendwie vom ganzen Gedanken. Und was ich auch schön finde, wenn das wirklich mehrere tausend Jahre vor der ersten Episode spielen soll, dann stimmt es ja, was der Bibliothekar sagt. Denn zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Film einsetzt, ist ja wohl auch offensichtlich gerade Krieg im Universum. Ja, richtig. Da wird dann ja auch ständig gesagt, ja, wir verlieren so oder so, gehen die Sith. Es gibt keine Hoffnung. Und diese Mechanikerin, die ist ja dann auch sehr energisch, was das angeht. Also die, die hat, ja, der reicht es halt nicht, da irgendwie zu sitzen und diese Steine zu interpretieren, sondern die will halt aktiv was tun. Aber sie versteht dann auch am Ende, dass man das A, nicht mit der Brechstange kann und B, dass man, ja, dass es halt eh nichts bringt beziehungsweise, dass halt Licht ohne Schatten und umgekehrt nicht existieren kann, ne? Ja. Und interessant fand ich dann aber eben auch so, ja, diese Ambivalenz, die transportiert wurde eben über diesen jungen Jedi-Schüler und dann auch das Verhältnis zu diesem Sith-Lord, dem er dann hier wieder begegnet. Und das sind auch alles bekannte Themen. Ja, ich meine, hallo, wir haben das Trope ja ganz klar mit Darth Vader beziehungsweise mit Obi-Wan Kenobi. Und ja, also das ist, ja, das kennen wir alles. Aber du merkst, dass es schon irgendwie, also Ying und Yang, das kommt schon sehr deutlich aus der asiatischen Kultur. Das ist halt auch wieder wie bei Staffel 1 etwas, was Star Wars beeinflusst hat. Und das ließ sich jetzt wiederum von Star Wars beeinflussen. Ja. Also da schließt sich dann popkulturell einen Kreis. Und ich finde das tatsächlich sehr schön. Ich fand den auch optisch ziemlich toll. Mhm. Also ja, wie gesagt, es wäre jetzt eher was, was ich in Staffel 1 ansiedeln würde. Aber es ist auch schön, was so halt für kulturelle Aspekte hineingeschwappt sind. Also beispielsweise diese Bibliothek, das ist tatsächlich an bestimmten Orten in Südkorea tatsächlich inspiriert. Und das zieht sich halt quer durch die Staffel. Es sind einfache Geschichten. Es ist alles nicht schon mal da gewesen. Und es sind auch alles sehr vertraute Themen. Also ob jetzt Gut und Böse oder auch so ein bisschen, sage ich mal, so die einfachen Leute, die aufbegehren gegen das große böse Imperium. Aber wie es halt umgesetzt ist, wie es erzählt wird und vor allem in welchem Stil, das ist das Schöne an dieser Staffel, wie ich finde. Ja, absolut. Aber das, ich wiederhole mich, man braucht, glaube ich, vertraute Tropes und vertraute Themen, vertraute Geschichten, damit man eben am Ende die Hand, die freie Hand hat, um mit dem Stil zu experimentieren. Ja, die freie Zeichenhand sozusagen. Ja, genau. Und damit würde ich sagen, schreiten wir mal weiter zur mittlerweile sechsten Episode, die da heißt The Spy Dancer. Ist ein englischer Titel im Original. Deutschland ist es, glaube ich, mit Die tanzende Spionin übersetzt oder sowas. Der Rachetanz. Ah, der Rachetanz, genau. Was im Grunde schon eigentlich die ganze Geschichte vorweg nimmt. Wie es immer so ist mit deutschen Titeln. Ja, es ist auch ganz merkwürdig, der Titel, der im Menü angezeigt wird, ist dann wiederum noch mal ein anderer, der in den deutschen Untertiteln dir kredenzt wird. Jedenfalls ist das hier kein Film aus, irgendwie englischsprachigen Landen. Es ist ein Film aus Frankreich, also zumindest diesmal aus Europa, vom Studio La Cachette. Da hört man auch schon raus, wo es herkommt. Und ja, die Handlung ist auch relativ schnell umrissen, schmiegt sich dann auch inhaltlich so ein bisschen an, bei, ich würde sagen, in The Stars so ein bisschen und auch bei I'm Your Mother. Also, dass es halt wirklich so die Unterschicht ist, die die Oberschicht so ein bisschen amüsiert, beziehungsweise, dass die eine Seite die andere eigentlich nur noch ausbeutet und dass dann da halt ein Gefühl besteht oder einen Drang, Widerstand zu leisten und dann in dem Fall hier Rache zu nehmen. Und ich muss sagen, ich fand das ziemlich, ziemlich toll. Ja, es hat mir so gut gefallen. Also, es wird eine Tänzerin gezeigt, es wird getanzt auch, sehr viel Akrobatik auch in dieser Tanzvorführung, die wir zu sehen bekommen. Viel mit wallenden Stoffen wird gearbeitet und dass man diese Art von Bewegung so toll darstellen kann, dass das alles sehr flüssig und luftig und wie Wasser irgendwie wirkt. Also, das alleine so umzusetzen, finde ich schon toll. Und das ist, also optisch ist es wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das war tatsächlich für mich so ein Highlight. Und das in Kombination dann eben natürlich mit der Art und Weise, wie sie eben spioniert oder so Sender überall verteilt, ja, hat mir sehr gut gefallen. Und dann natürlich am Ende das große Finale, wo, weil in der Bar, in der sie halt als Tänzerin arbeitet und dort eben, ja, mit ihrem Tanz ablenkt, damit eben Peilsender an den Soldaten untergeschoben werden können. Da trifft sie ja auf den vermeintlichen, wie sagt man, also denjenigen, der daran schuld ist, dass sie im Grunde jetzt in dieser Situation ist, nämlich einen imperialen, ja, Offizierer, der ihr Dorf überfallen hat und ihr ihren Sohn weggenommen hat. Und am Ende stellt sich ja aber heraus, dass dieser imperiale Offizier, von dem sie erst dachte, das wäre der gleiche, wie der, der ihr Dorf zerstört hat, gar nicht der alte Offizier ist, sondern mittlerweile eben ein junger, neuer Offizier. Und das stellt sich heraus, ist ihr Sohn. Das heißt, dieser alte Offizier, der ihren Sohn weggenommen hat, hat dann dieses Baby als sein eigenes aufgezogen, sodass der gedacht hat, er ist der Sohn von ihm. Und in Wirklichkeit ist es aber ihr Sohn. Und diese Auseinandersetzung zwischen einer Mutter und einem, ja, Imperialen, ja, Mutter und Sohn, aber eben auch Feinde, weil ja eben der Sohn nicht weiß, dass es seine Mutter ist. Das ist eine sehr spannende Dichotomie, die sich da auftut. Und wie das auch halt visuell rübergebracht wird, ne, also vor allem auch über die Augenpartie von allen, die ist ja auch sehr eigen hier. Die haben ja, glaube ich, verschiedenfarbige Augen, alle sind aber keine Aliens eigentlich, oder jedenfalls keine bestimmte Spezies. Wobei das Phänomen gibt es ja auch bei Menschen. Also das ist ja jetzt eine genetische Geschichte. Ja, und es wird dann auch genetisch vererbt in der Regel. Ja, nur ihre Assistentin hatte das ja zum Beispiel auch, ne? Nein, das ist nicht ihre Assistentin, das ist ihre Tochter. Die andere? Das ist ihre Assistentin und ihre Tochter gleichzeitig. Ah, okay, ah, okay. Deswegen, die sagt ja, weil sie nennt sie Mutter. Genau. Dann passte das. Also ich fand das, also visuell war das einmal mehr berauschend, wortwörtlich, und es ist auch was, was man nicht so häufig sieht, also dass jetzt hier halt irgendwie imperiale Soldaten, es wird nicht so ganz klar, wann das ist, ob es jetzt die erste Ordnung ist oder das Imperium. Ich gehe eher von Imperium aus. Ja, dass die halt so eine Art ja fast schon Varieté-Show besuchen, ne? So was sieht man nicht häufig. Es erinnerte mich tatsächlich, ja, aber ich meine, es ist ja, es ist eigentlich klar, wo das klaut. Also es erinnerte mich persönlich tatsächlich an Josephine Baker beziehungsweise Martha Hari, also so diese zwei großen Spioninnen in der Geschichte, die genau das gemacht haben. Die eben getanzt haben, in Varieté gearbeitet haben, in der Kunst gearbeitet haben, die Leute oder das Publikum verführt haben und dabei eben gleichzeitig als Spionen tätig waren. Also und das ist ja das, das wird hier, also hier wird ganz klar geklaut aus dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise teilweise vielleicht sogar aus dem Ersten, aber vor allen Dingen aus dem Zweiten. Und daran hat mich das vor allen Dingen erinnert. Also das fand ich eine schöne quasi Referenz. Und klar, es ist Frankreich. Also denen liegt natürlich die Geschichte näher als einem US-amerikanischen Studio, würde ich jetzt sagen. Ja, aber sehr, sehr gut. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, die man animiert wahrscheinlich besser erzählen kann. Ja. Oder vielleicht auch nur animiert erzählen kann, als jetzt mit echten Schauspielern. Und das ist ja auch eine Stärke eben von Visions, dass du einfach Geschichten erzählen kannst, die man sonst nicht erzählen könnte, weil sie zu teuer wären, zu aufwendig wären, zu auf Alien-Planeten spielen würde, die man per CGI gar nicht darstellen könnte. Also das ist ja wirklich der große Vorteil an der Animation. Du kannst wirklich alles machen. Ja, allein schon diese ganzen Bewegungen, ne? Das könntest du, glaube ich, gar nicht so wirklich in Live-Action umsetzen, wie es hier gemacht ist. Also diese ganzen, ja, wirklich Schichten an Tüll an der Stelle auch, oder wie das halt einfach visuell gestaltet ist. Das hat ja fast schon wirklich was von Fliegen teilweise, ne? Fand ich auch beeindruckt. Also du merkst schon, dass es aus Frankreich kommt. Das ist ja auch, ich weiß nicht jetzt, ob der ihren Sohn spricht, aber hier Lambert Wilson ist ja in der Sprechrolle zu hören. Das ist, der ist, den kennt man noch als schmierigen Franzosen aus den Matrix-Sequels beispielsweise. Oder als Bösewicht aus Catwoman. Aber nee, fand ich visuell einfach sehr toll und auch erzählerisch schön. Vor allem das Ende hat mir richtig gut gefallen. Das ist ja sehr offen, aber hält noch so eine, also wie das halt angedeutet wird, dass da jetzt halt irgendwie eine mögliche Verbindung ist zwischen Mutter und Sohn. Das fand ich großartig umgesetzt. Ja, es war super gemacht. Das fand ich auch einen sehr, sehr schönen Twist am Ende, ja. Ja, und es lässt eben auch wunderbar Raum für den Zuschauer. Also manche werden sich dann jetzt beschweren, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Aber ganz ehrlich, also ich mag sowas. Und sowas hast du in Star Wars eigentlich sehr selten, weil in diesem Franchise muss halt alles immer, immer, immer weitergehen. Und dass man einfach mal so ... Aber sämtlich, ja. Aber alle diese Filme haben genau diesen Punkt, dass man als Zuschauer sagt, und jetzt würde ich doch gerne noch wissen, wie es weitergeht. Was für Abenteuer erleben sie noch? Wie setzt sich das fort? Also man könnte an jedem dieser Filme ansetzen und könnte ganze weitere Universen erzählen. Und das ist ja das Schöne. Ja, den Effekt hatte ich bei Staffel 1 auch schon. Ich hätte von The Ninth Jedi, also als der durch war, ich hätte am liebsten eine ganze Anime-Serie von Production LG gesehen danach. Und hier, also gegen Artman, hätte ich auch nichts einzuwenden. Oder auch gegen ein paar von den anderen. Also es ist ... Ich muss sagen, deshalb finde ich das ja auch so ein bisschen schade. Das kann man mal so zwischendurch jetzt einwerfen. Ich meine, das ist ja ein hochkreatives Projekt und sie dürfen sich damit ausleben. Und es wird auch weltweit gestreut. Aber es ist natürlich schade, dass es trotzdem irgendwie auf Disney Plus so ein bisschen ... Ja, ich weiß nicht, nicht Schattendasein führt. Aber es wäre doch zum Beispiel immer schön, wenn man welche von diesen Kurzfilmen auch mal im Kino zeigen könnte vor irgendwelchen Star-Wars-Releases, oder? Ja, dafür sind sie aber, ich glaube, einen Tick zu lang. Also ich glaube, mehr als fünf oder maximal zehn Minuten. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich finde es auch super schade. Ich glaube tatsächlich auch, dass viele es abschreckt, dass es animiert ist. Ich hätte das jetzt gar nicht so gedacht, weil ich persönlich animiert sehr, sehr gerne sehe. Und es für mich auch normal ist mittlerweile, dass animierte Dinge auch für Erwachsene gemacht werden. Also animiert heißt ja nicht gleich irgendwie Mickey Mouse oder Tom und Jerry. Aber das ist in vielen Köpfen tatsächlich noch der Fall. Leider. Und ich habe es gerade jetzt auch wieder erlebt. Und da, wie sagt man, burst my bubble. Ja, also da kommst du plötzlich aus deiner Blase raus und denkst dir, ach, so ist das im echten Leben. Da war ich mit Kollegen unterwegs und wir unterhielten uns eben über Marvel und Star Trek tatsächlich. Und dann aber eben, und da habe ich eben gesagt, dass ich, dann hatte eine erzählt, sie ist ein riesiger Spider-Man-Fan. Und ich meinte, oh mein Gott, hast du Across the Spider-Wars gesehen. Beziehungsweise eben die animierte Geschichte, wo jetzt der zweite Teil ja auch kommt. Und dann meinte sie so, nee, das ist doch animiert, das gucke ich nicht. Und ich so, der beste, meines Erachtens nach der beste Spider-Man. Oh ja, ja. Und sie so, echt? Vielleicht muss ich das dann doch gucken. Und ich so, ja, guck das auf jeden Fall. Ja, ich habe das echt nicht geguckt, weil es animiert ist. Und dann dachte ich so, wow, wie viele Leute einfach dadurch verpassen, weil sie einfach sowas nicht gucken. Ja, und genauso ist es, glaube ich, hier auch mit Visions, dass viele sagen, öh, das ist doch animiert und auch nur so Kurzfilme und so. Nee, das gucke ich nicht. Und dann komme ich daher und erzähle denen immer das Bestes daraus, das es gegeben hat seit der Original-Triologie. Und alle so, what? Ich kann da auch sehr gut anknüpfen, weil die Macher hinter Into the Spider-Verse sind ja diejenigen, die auch den ersten Lego-Movie zum Beispiel gemacht haben oder wirklich mit Aussicht auf Fleischbärchen. Und die waren ja damals nach der Oscar-Verleihung tatsächlich sehr erbost, als es dann irgendwie, also bei der Verleihung angekündigt wurde, als die Filme, die man sich eigentlich nur anguckt, weil man es ja irgendwie muss, weil das Kind es ja sehen will. Und die haben dann einer von denen, also Phil Lord und Christopher Miller, die ja ursprünglich, wieder die Verbindung zu Star Wars, die ja ursprünglich den Han Solo-Film machen sollten, die haben dann einen sehr, sehr langen Artikel, irgendwie Entertainment Weekly oder was auch immer jetzt, nee, oder egal, geschrieben, dass sie endlich mal ernst genommen werden wollen mit dieser Art von Filmen. Und also ich fand den Into the Spider-Verse auch ganz großartig. Ich freue mich sehr auf den zweiten. Ja, ich hatte gerade den Titel des zweiten gesagt statt des erstens, aber wir wussten ja, wovon ich rede. Ja, ja. Da blickt man eh nicht so wirklich durch bei den Titeln von meinen Sequels. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten über. Also es ist ein großartiger Film aus Frankreich und hier setzt sich dann eben auch fort, dass hier kulturelle Einflüsse mit einfließen. Und auch wenn man das bei Frankreich jetzt eher dann so ein bisschen zwischen den Zeilen hatte, beim nächsten Film, der da heißt Die Banditen von Golak, ist es wirklich unübersehbar, wo hier die Wurzeln liegen, oder? Naja, in Indien. Ja. Wir kriegen also tatsächlich ein indisches, kulturell indisches Umfeld zu sehen. Und tatsächlich ist es auch so, dass das Englisch, das sie sprechen, dieses typische Englisch mit indischem Akzent ist, das man so als Klischee eigentlich kennt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber von außen her kann ich das nur so betrachten. Und es geht eben um zwei Jungs, auch wieder Brüder, also auch wieder Geschwister hier. Beziehungsweise, nein, es geht ja nicht um zwei Jungs, es geht um einen Jungen und seine Schwester. Stimmt. Das war übrigens auch apropos, wo man immer sich fragt, ist es ein Mädchen oder ein Junge? Es ist ein Mädchen. Also es geht auf jeden Fall wieder um Geschwister, die auf einer Bahnfahrt sind und man weiß irgendwie nicht so richtig, wohin, aber am Ende stellt sich heraus, dass der große Bruder, wohl seine kleine Schwester, die machtsensitiv ist, wohin bringen kann, wo sie eben lernen kann, mit der Macht umzugehen. Mhm, genau. Oder ich weiß halt, was ich nicht so richtig rausfinden konnte oder was auch nicht so eindeutig ist, ist, ob das jetzt wirklich eigentlich die Absicht des Bruders war oder ob das zufällig am Ende so passiert. Ich denke schon, dass es so ein bisschen zufällig passiert, weil sie stolpern ja dann in diese ältere Frau rein, die sich dann ... Das schon, aber der Platz, an dem sie halt dahin gehen, der ist wahrscheinlich dafür bekannt, dass es da irgendwie machtsensitive ... So ein bisschen so eine Art Wallfahrtsort, wie man das vielleicht auch mit Jeddah in Rogue One hatte, ne? Aber auch hier wieder natürlich die klassischen Themen, Geschwisterverhältnis untereinander natürlich, aber auch dieses gegenseitig Beschützen und Erfüllung deines Schicksals und dafür eben Leute verlassen, erwachsen werden, aber gleichzeitig eben dieser Band der Geschwister, der nie gebrochen werden kann. Und was hier auch noch ganz schön als kleines Nebending halt gemacht wird, ist, dass die immer zusammen Süßigkeiten geklaut haben. Und da eben so als Kleine ... Das finde ich irgendwie nett. So, ja, genau. Ja, das ist irgendwie alles. Es ist schön gemacht, vom Stil her, sehr ... Dafür, dass es animiert ist, sehr realistische Animationen. Oh ja. Also es erinnerte mich persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen so an so ein Computerspiel oder so. Ja, es hatte so fast so ein bisschen, manchmal so einen gewissen Touch von Cell Shading. Und es ist auch wieder so eine Folge, die man auch gut in Clone Wars einbinden könnte. Also auch fast von der optischen Stilistik her. Aber vor allem wahnsinnig farbenfroh und einfach sehr, sehr schön gestaltet. Also auch von den Lichtverhältnissen. Ich fand, also die Geschichte an sich fand ich auch schön erzählt. Auch, dass da so dieses mit reinkommt, dass das Mädchen machtsensitiv ist, aber sie das halt verbergen müssen. Etwas, was man ja dann wahrscheinlich so ein bisschen verorten kann. Nee, stimmt. Die Folge hier kann man noch am ehesten verorten. Im losen Kanon, sag ich mal, weil hier ja dann auch ein Inquisitor auftaucht. Ja, ja, stimmt. Und die jagen ja bekanntlich die Jedi. Also kann man davon ausgehen, dass das hier wahrscheinlich nach dem Sturz der alten Republik angesiedelt ist. Und ja, auf jeden Fall, wo das Imperium schon etabliert ist. Und wo auch wirklich so eine gewisse Angst in der Zivilisation herrscht. Und auch wieder dann ein Aufbegehren der Zivilbevölkerung mit diesem Angriff auf den Zug. Ich muss sagen, ich war ein bisschen ernüchtert erst, als sie relativ schnell den Zug verlassen haben. Weil da hätte ich gern noch mehr von gesehen. Ah, okay. Na gut, der Zug war halt vollgepackt. Tatsächlich, wie du es sagst, mit Farben, Leuten, Stimmen. Ja, es war also unglaublich. Ja, ja, das stimmt. Lebhaft. Und auch schön subtil eingebunden, so Designs, die man tatsächlich aus Clone Wars kennt. Also, da war einer zu sehen, ich glaub, der war auch in der Obi-Wan-Serie da irgendwie in ... Also, da gibt's ja Spoiler für Obi-Wan. Da gibt's ja diese Szene, wo Obi-Wan da irgendwie so eingefrorene Jedi-Körper oder so findet, wo irgendwie die Macht abgezapft wird, irgendwie über Blut, keine Ahnung. Und das Design war auch dabei, von so einem wirklich steinalten Jedi-Meister, der in Clone Wars zu sehen ist. Und hier war es zumindest dieselbe Spezies. Fand ich sehr, sehr schön. Es ist immer, immer so kleine Details. Und man merkt auch, ja, die haben da irgendwie mit Lucasfilm zusammengearbeitet. Soweit ich weiß, ist der Film auch ... Oder nee, nee, Quatsch, der danach, genau. Der hier ist ja wirklich rein aus Indien heraus produziert worden, von 88 Pictures. Klingt jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig indisch. Aber ja, es ist schön. Also, man hat auch richtig im Making-of, merkt man den Leuten von Lucasfilm das auch an, dass sie halt total neugierig drauf waren, wie so ein Star-Wars oder eine Star-Wars-Geschichte aussehen würde mit indischen Einflüssen. Und eben viel, sehr bunt, viele Farben. Dann natürlich auch dieses Setting. Und das haben auch alle Studios gemeinsam, die haben wirklich alle so einen Ansatz gewählt, um das zu verwirklichen, was wir machen wollen. Also, unsere Vision, erschaffen wir einfach mal eben einen eigenen Planeten. Why not? Ich meine, dafür ist es animiert. Ja, also, das zieht sich ja wirklich durch. Und auch schon hier, der Name des Planeten Golak, ne? Also, es ist unübersehbar, wo das herkommt. Und ich muss sagen, ich finde das eine wahnsinnig spannende Mixtur, rein von den Stilmitteln her. Ich würde da gerne noch mehr von sehen, ganz ehrlich. Also, das fand ich richtig, richtig schön. Das ist zum Beispiel auch wieder so ein Film, der mich persönlich optisch eher überzeugt als von der Story her. Die Story ist okay, war jetzt solide, aber war jetzt auch nichts Besonderes. Also, ich sage dir ganz ehrlich, von der Story her muss ich es jetzt nicht noch mal sehen. Aber optisch war das halt genau das, was du alles genannt hast, was es dann irgendwie spannend gemacht hat und herausforderte. Ja. Ganz toll. Also, ach, gern mehr davon. Also, gerne, Disney, wenn ihr das hört, gern Staffel 3 Greenlighten. Dankeschön. Dann sind wir auch schon beim vorletzten Kurzfilm namens Die Grube. Klingt jetzt, ich dachte mir so ein bisschen, ist da vielleicht die Übersetzung verschütt gegangen und dann müsste das Ding eigentlich heißen, so wie dieser eine Netflix-Film, Der Schacht. Ah. Na gut, aber ich meine, es heißt natürlich Die Grube, weil es natürlich um Bau, also um Abbau von, also in dem Fall nicht Kohle, aber eben anderen Rohstoffen geht. Genau, namentlich Küberkristalle. Mhm, genau. Aus denen hier eine ganze Stadt errichtet wird und die Bewohner, ja, werden ausgebeutet und am Ende eigentlich mehr oder weniger sich selbst überlassen. Das Ganze stammt diesmal aus Japan, ist allerdings in direkter Zusammenarbeit mit Lukasfilm entstanden, wo ich dann jetzt auch halt so überlegen müsste, was, also welcher Einfluss ist, wem zuzuordnen und so wie halt hier die Stadt inszeniert wird, also die da eben errichtet wurde, da sehe ich schon eher so amerikanische Einflüsse, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, es ist eine typische, ja, wieder halt eben das gebeutelte Volk beziehungsweise vom Imperium ausgebeutete Volk begehrt auf gegen die Unterdrücker. Mhm. Äh, ich fand das tatsächlich sehr toll, äh, wie entfremdet diese Stadt dargestellt wird. Also da ist ja diese Figur, der es einmal gelingt, wirklich aus diesem Loch, in dem sie ja zurückgelassen wurden, herauszuklettern. Das hatte auch so ein bisschen was von The Dark Knight Rises. Ja. Und, äh, und dann auch hier in dem Setting, ne, und dann kommt er ja in diese Stadt und schreit dann irgendwie um Hilfe und, und, äh, versucht den Leuten klarzumachen, was da wirklich abgeht und, und wirklich keinen interessiert ist in dieser gigantischen, äh, anonymen Großstadt, ne? Mhm, mhm, mhm. Ja, aber ich fand ja dann, am Ende reagieren sie ja doch. Und das war ja dann das Positive. Also ich hätte es tatsächlich vielleicht sogar noch besser gefunden für die Geschichte, wenn am Ende keiner geholfen hätte. Mhm. Das wäre sehr dramatisch gewesen, aber das wäre vielleicht sogar noch für die Story besser gewesen. Nichtsdestotrotz, am Ende kommen sie ja eben und helfen. Und du hörst auch, wie einer sagt, sind da auch wirklich Kinder in dieser Grube, aber offensichtlich war das das Argument, dass irgendwie mehr gezogen hat, als nur die Tatsache, wir brauchen Hilfe an sich. Und, äh, ja, also ich fand aber genau das auch so interessant, dass also offensichtlich sie nichts dagegen haben, dass eben andere ausgenutzt werden. Also hier wird's ja jetzt so dargestellt, dass sie das nicht wussten. Aber das kann mir keiner erzählen, dass die das alle nicht wussten. Ja, aber trotzdem, ähm, sehr, sehr interessant. Und was ich auch noch sehr gut finde, Spoiler im Spoiler, aber ich meine, ihr werdet das alle gesehen haben, wir haben ja gesagt, wir spoilern, dass die Hauptfigur hier tatsächlich stirbt. Denn damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist ungewöhnlich gewesen. Da merkt man auch, dass sie dahingehend vielleicht sogar noch einen Schritt weiter hätten gehen können, weil da bin ich ganz bei dir. Äh, die Story hätte tatsächlich das Potenzial gehabt, vielleicht auf einer gewissen bittersüßen Note zu enden. Da merkt man hier vielleicht, ja, gut. Wobei sie das ja insofern tut, als dass ja, wie gesagt, die Hauptfigur tot ist. Aber hier hatten wir ja dann auch eine After-Credit-Szene sozusagen. Wobei wir hatten eine After-Credit-Szene, glaube ich, bei den Artman Studios mit dem Merch. Und dann hatten wir eine After-Credit-Szene hier. Ja. Denn da sieht man am Ende eben dieses Graffiti, was auch so ein bisschen so, also das fühlte sich so irgendwie falsch an in dieser Welt. Aber grundsätzlich, also das hatten wir, hatten wir noch woanders After-Credit-Szene, die ich verpasst habe. Ich glaube nicht. Weil das Dumme ist ja bei Disney, dass sie ja dann immer das überspringen, wenn du dann zur nächsten Folge automatisch weitergehst. Ich habe extra immer noch versucht zu gucken, aber ich glaube, das waren die einzigen beiden, oder? Da war soweit nichts. Also bei Atmen ist es ja während des Abspanns und bei The Pit ist da noch mal eine kurze Szene. Das ist ja auch eine Form der Legendenbildung irgendwo dann. Ja, ja, na klar. Fand ich aber, also auch die Art und Weise, wie die dann eben sich doch Gehör verschaffen, fand ich tatsächlich toll. Da zieht sich auch wieder ein Grundthema durch. Also nicht nur dieses Aufbegehren, sondern eben ja dieses Hoffnungsvolle. Also durch die ganze Staffel zieht sich sehr irgendwie das Hoffnungsvolle und die Verweigerung wirklich sich den Gegebenheiten zu ergeben, jetzt im Guten wie im Schlechten. Das fand ich in der Folge tatsächlich mit am präsentesten, dieses Motiv. Und auch am stärksten eigentlich sogar. Visuell ist es halt, ja, ist jetzt schwer. Also handelsüblich kann man dazu jetzt nicht sagen. Es ist auch sehr, sehr schön gestaltet im Kontrast. Es ist natürlich auch sehr klassisch, dass man hier irgendwie das Imperium halt nur als so, ja, statische Masse eigentlich darstellt, ne, beziehungsweise anonyme. Und die anderen dann eben Individuen sind. Das ist ja auch sehr alt hergebracht. Da erfindet das Ding jetzt auch nicht das Rad neu. Aber wieder halt die Art und Weise auch, wie das visuell auch gestaltet wurde mit diesem, ja, mit diesem Schlund, in dem sie da eigentlich feststecken. Grüße an eure Besprechung zur Apple-TV-Serie Scylo. Ja, genau. Ja. Aber ja, also ich hab, wie gesagt, ich fand die auch solide, ich fand die okay. Und es war vielleicht so noch ein letztes Aufatmen, bevor es dann jetzt zum letzten kommt. Ja. Noch mal ein echtes Highlight. Genau, die neunte Folge aus Lied. Ich hoffe, ich hab sie richtig ausgesprochen. Au, genau. Genau, da geht es eben um Au, dass ein Kind das gerne singt und mit ihrer Stimme offensichtlich Einfluss nehmen kann auf die Küberkristalle, die dort auf dem Planeten abgebaut werden. Denn, das muss man wissen, die Küberkristalle sind von den Sith ja kompromittiert worden. Sie sind also jetzt böse. Verdorben. Wenn man von böse oder verdorben, wenn man davon reden kann. Also wenn man sie schürft, dargestellt als rote Kristalle anstatt blauer Kristalle, wie man sie sonst kennt. Und die Einwohner von diesem Planeten und dieses Mädchen, das wir da kennenlernen, Au, ist eben eine davon, können wohl offensichtlich das spüren in irgendeiner Form. Und Au hat auch in irgendeiner Form wohl mit ihrer Stimme da Einfluss drauf. Aber wie und was genau, wissen wir nicht. Denn ihr Vater warnt sie immer davor. Also die haben schon rausgefunden, dass ihr Singen irgendwelche Einflüsse auf diese Kristalle hat. Aber bisher war das immer negativ, weil die dann eben explodiert sind. Oder er hat sich dann heiß geworden. Dann hat sich der Vater die Hand dran verbrannt. Und so weiter. Also er sagt immer, hör auf, mach das nicht, sing nicht. Das kann nur gefährlich werden. Und warnt sie eben. Und dieser Planet, auf dem diese Küberkristalle sind, die haben eben ein Abkommen mit den Jedi, dass diese, die Küberkristalle, die sie dort schürfen, bekommen können. Und sie müssen sie dann aber eben reinigen. Und das geht wohl irgendwie durch die Macht. Das heißt, da kommt dann immer eine, eine oder eine Jedi und holt halt die geschürften Kristalle ab und versucht sie eben zu reinigen. Aber das ist wohl ein Riesenprozess und ein riesiger Aufwand. Und ja, ein ganz großer Akt. Und das ist eben die Situation, in der wir uns jetzt finden. Und dann haben wir eben Au, das heißt ja auch Aus Lied, die dann eben sich von diesen Kristallen angezogen fühlt und versucht herauszufinden, warum, wieso und weshalb. Sagen wir mal so. Genau. Gegen den Willen ihres Vaters auch so ein bisschen. Aber ermuntert durch die Jedi. Die feststellt, offensichtlich hat Au da irgendwie ein Gefühl für die Macht, die da drin steckt. Die Jedi, hier gesprochen von, zumindest in der englischen Version von Cynthia Erivo, die ja zuletzt auch als Fee einen Gastauftritt hatte in, hier in dem leider sehr fürchterlichen Remake von Pinocchio. Ja, ich liebe sie sehr als Sängerin. Ja, ich weiß nur, die ist doch die Hauptdarsteller in diesem Film über Harriet Tubman, glaube ich, gewesen. Da war sie auch, glaube ich, für nominiert. Aber gut, darum geht es jetzt nicht. Dieser Film hier ist ja der letzte im Bunde, aber der dritte dann im Bunde, was Stop Motion angeht. Das Ganze kommt von Triggerfish aus Südafrika, wo ich noch nie von gehört habe. Ja, ich auch nicht. Aber ich kenne diese Art von Stop Motion tatsächlich von Triggerfish. Aber das sind ja im Grunde so Filzfiguren. Also so, wie wenn du was gefilzt hast. Und wenn man diese Art von, also nicht kennt diese Art von Stop Motion, dann ist es am Anfang, finde ich, ein bisschen befremdlich auch mit den Augen und so weiter. Weil das halt alles irgendwie so ein bisschen flach wirkt. Aber ich kenne das tatsächlich, und das ist aber nicht Triggerfish, von den Mumien-Verfilmungen aus den 70ern. Und es gibt jetzt auch eine aus den 2000ern. Da hat man also den Stoff der Mumiens verfilmt. Und da sind die alle so Filzfiguren. Und das ist ganz toll. Müsst ihr euch mal angucken. Also es hat ganz viel Spaß gemacht. Und daher kannte ich das schon. Deswegen war mir das nicht ganz unbekannt. Aber ich finde, das funktioniert hier super. Und ich mag diese Optik total gerne mit den Filzfiguren. Ich mag das auch. Also ich hab's schon mal, kann ich nur wieder auf unseren Kurzfilm-Cast hier zu den Oscar-nominierten Kurzfilmen verweisen. Da war auch so einer, ich glaube, der war aus China oder so. Oder irgendwas. Keine Ahnung. Das war auch ein richtig mutiges Ding. Und der hat damit auch experimentiert. Hier bei den Augen ist es so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es wirkt aber nie irgendwie so puppensteril. Ich weiß nicht genau, wie sie das hinbekommen haben, weil sie ja doch ein bisschen gewissen Ausdruck haben. Ich weiß nicht, wie sie es hier gemacht haben. Ich weiß, dass bei dem großen Mumien-Kinofilm, da haben sie kombiniert tatsächlich klassische Stop-Motion, so wie bei Artman, mit CGI tatsächlich. Könnte hier auch sein. Also sie haben bei dem gearbeitet. Ja, ja, Artman hat ja auch, also das konnte man auch im Making-of hier von I'm Your Mother sehen, dass sie da auch natürlich Greenscreen irgendwie zum Einsatz kommen lassen. Das ist auch anders gar nicht mehr möglich. Oder also hier zum Beispiel Sean the Schaff 2, den hatten wir damals auch besprochen. Da geht's ja zum Beispiel auch ins Weltall und das kannst du dann irgendwann nicht mehr einsetzen. Ja, ja, ja. Aber jetzt hier ist ja, also die Umgebung, da merkt man auch so durchaus, wo das herkommt, würde ich sagen, ne? Und auch so die Geschichte ist halt auch wieder, ja gut, dahingehend ist die Staffel ein bisschen repetitiv. Es ist halt wieder so eine Underdog-Geschichte von einer Figur, die irgendwie auserwählt oder besonders ist und da mitgenommen wird und halt auch wieder so, ja, unter den Augen der, des totalitären Regimes. Das wiederholt sich vielleicht ein bisschen sehr in der Staffel. Wirklich stören tut mich das aber auch nicht. und hier ist es halt wirklich, das ist, das ist visuell so dermaßen großartig. Ja, ich liebe das auch sehr. Wahrscheinlich auch, muss ich zugeben, es erinnert mich so ein bisschen auch so an diese, also es ist, es sind keine Holzpuppen, aber es erinnert mich so ein bisschen an die Augsburger Puppenkiste teilweise auch. Ja. Also auch die Art und Weise, auch wie die Figuren sind und also es ist, ich mag das, mag das so, so gerne, schon alleine optisch und die Figuren und auch die Geschichte gefällt mir und ich kann mich halt mit Au auch irgendwie identifizieren und natürlich haben wir dann auch noch die schöne Lösung am Ende, dass ihre Stimme, deswegen heißt es ja Auslied, tatsächlich am Ende dazu führt, dass sie die Kristalle reinigt, also mit ihrem Lied und diese Vorstellung eben, die ist ja auch nicht neu, die gibt es ja in ganz vielen Kulturen und Mythologien, dass man eben durch Gesang Dinge beeinflussen kann. Also es gefällt mir einfach so als Geschichte an und für sich ganz gut und das Ende fand ich auch noch sehr schön, als dann eben die Jedi sie vor die Frage stellt, ja also du kannst mitkommen und du hast eine Gabe und diese Gabe ist ein Geschenk und ja und man dann wirklich sieht, wie sie so hin und her gerissen ist, weil sie möchte ihren Heimatplaneten und ihren Vater nicht verlassen, aber gleichzeitig ist es eben, hat sie etwas, was sie natürlich erforschen möchte und da dachte ich schon so, oh das wäre jetzt aber schade, wenn wir auf dem Punkt enden und das tun wir nicht, weil wir enden dann irgendwie eine Woche später oder so, nachdem dann also Vater und Tochter sich da ausgesprochen haben, mit eben der Tatsache, dass sie dann sich auf den Weg macht und ihr Vater sie halt einfach so verabschiedet, sehr herzlich auch, wie man jemanden verabschiedet, der halt aufs College zum Beispiel geht. Und das fand ich irgendwie noch ein sehr schönes, zufriedenstellendes Ende, wo man dann eben sieht, ja, man kann sich also auch einer Entwicklung nicht in den Weg stellen, da muss jemand sein Schicksal erfüllen und einfach sein Leben in die eigene Hand nehmen und dann sagt er auch, du bist die erste von unserer Spezies, die diesen Planeten verlässt und dann dachte ich so, wow, das fand ich sehr, sehr spannend alles. Also, und da möchte ich auch mehr erfahren, da möchte ich auch wissen, wie es weitergeht und was für tolle Sachen sie alles irgendwie in ihrem Leben vielleicht mal, ja, anstellt und so, also ich bin sehr, sehr gespannt. Aber es ist doch eher so, dass es einen dann inspiriert, sich das selber so weiterzudenken, also nicht, dass du dir jetzt denkst, oh, ich möchte aber noch eine Folge von sehen, sondern es ist, klar, du möchtest mehr von sehen, aber es inspiriert einen schon eher, als dass es einen frustriert, würde ich sagen, oder? Ja, absolut. Ja, und ich glaube, das wollen die Macher auch durchaus erreichen, ne, also das Ganze ist ja, das sprüht ja einfach vor Inspirationen und auch Botschaften. Ich fand das, ich, also, das, das hier ist womöglich mit mein Favorit, das liegt aber eben auch daran, dass ich eine wahnsinnige Spächer einfach für Stop-Motion habe und allein die ganzen Bewegungen und wie die, ah, wirklich, was die da eine Arbeit reingesteckt haben müssen in diese, diese Filzfiguren. Also, absolut grandios. Also, den, den würde ich auch wirklich, ja gut, der ist vielleicht ein bisschen lang dafür, aber wirklich, ich, ich würde echt eine Lanze brechen, wenn diese Dinger, auch wenn sie dann schon irgendwie älter sind, wenn die dann wirklich mal bei einem Star-Wars-Film irgendwie im Vorprogramm laufen würden. Ja, also mir ist ja tatsächlich was passiert, als ich jetzt diese zweite Staffel gesehen habe und zwar hat der, hatte der dann unterbrochen, dann habe ich, habe ich woanders hingeklickt, kam wieder zurück und dann hatte sich das selbstständig zurückgestellt auf Staffel 1 und ich wusste noch, ah, ich hatte den sechsten gesehen, dann ist der nächste der siebte und klickte nur auf sieben, ohne zu gucken und dann war ich plötzlich, dachte ich, den Film kenne ich doch schon. Moment. Und dann, und dann, weißt du, so wie man so, so Déjà-vu, dann dachte ich, und dann hatte ich aber irgendwie noch im Hinterkopf, dass damals nach Visions Staffel 1, glaube ich, eine oder zwei Filme von Staffel 2 schon mal gezeigt worden sind oder Auszüge davon. Dann dachte ich, ach, vielleicht kommt mir das nur so bekannt vor, weil ich die schon mal als Auszug irgendwo gesehen habe. Und dann guckte ich und guckte ich und es dauerte tatsächlich echt fast bis zum Ende, wo ich dachte, ich kenne diesen Film doch. Bis dann klar wurde, oh, ups, der hat die Staffel automatisch zurückgewechselt. Ja, also so viel zu, das sind alte Dinge, die kann man durchaus auch öfter mal gucken. Und ja, deswegen, dass das geht. Also irgendwie, keine Ahnung, bei manchen, die sind visuell einfach so, so für sich genommen einzigartig, weiß nicht, also manche von denen könnten auch eine große Leinwand ausfüllen und dass das jetzt dann so bei Disney Plus so ein bisschen, ja, hm, nicht jetzt direkt stiefmütterlich behandelt wird, aber doch so ein bisschen abseits. Na ja, aber das finde ich jetzt eigentlich nicht. Findste? Ja. Ich fand jetzt gerade für Visions 2 ist dann doch schon noch mal die Werbetrommel gerührt worden. Da schon eher, weil die auch einfach insgesamt zugänglicher ist. Also auch wenn du hier eben natürlich aus aller Herren Länder Sachen dabei hast, ist es insgesamt halt nicht so forciert auf die Anime-Kultur, ne? Und das kann ich jetzt auch abschließend sagen, also mir hat Staffel 2 schon deutlich besser gefallen als die erste. Die erste fand ich auch sehr gut, aber die hier hat, zum einen hat die für mich Folgen, also keine Folge für mich fällt wirklich richtig ab, wie bei der ersten. Es war halt eher, wie gesagt, Wundertüte. Und zum anderen mag ich auch diesen erzählerischen Bogen, den das hier schlägt. Also halt die Themen, die sich überall wiederfinden. Es ist vielleicht ein bisschen repetitiv geraten. Aufgefangen wird das aber eben, ja, halt durch die visuelle Pracht und die Abwechslung. Also wirklich keine einzige Folge sieht hier aus wie die andere, beziehungsweise kein einziger Kurzfilm. Und das, äh, bei neun verschiedenen Studios, die alle, äh, ihren eigenen Spin nicht nur mit einbringen durften, sondern eben auch, äh, ja, ihre Eigenarten und Stilistiken. Ganz, ganz großartig. Das ist, wie, wie Kathleen Kennedy es gesagt hat, Visions ist eine Plattform und ich möchte schwer hoffen, äh, dass die noch weiter ausgebaut werden darf und deshalb bin ich ziemlich, ziemlich begeistert. Wie ist es mit dir? Mir geht es genauso. Ich finde, Staffel zwei hat es tatsächlich geschafft, Staffel eins, äh, wenn nicht zu toppen, doch zumindest die Stange zu halten. Ich finde tatsächlich persönlich auch zu toppen, einfach weil du hier so viele unterschiedliche Stile hast. Ich finde, es war genau die richtige Entscheidung auch zu sagen, man öffnet das und, äh, und gibt es an ganz viele unterschiedliche Animationsstudios. Auch in anderen Landesteilen, auch in Europa oder in, äh, also nicht nur eben das klassische Animierte oder klassische US-Animierte, was man so kennt. Und ja, die Wiederholungen, die man befürchten könnte, die haben wir hier bekommen in der Story. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Nee. Denn, äh, die, das Optische, das reißt es einfach dann wieder raus. Es ist ja immer ein Zusammenspiel zwischen dem Optischen und der Story an sich und das sind so allgemeingültige Tropes, die hier behandelt werden, dass es auf jeden Fall funktioniert. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin überrascht, aber ich glaube tatsächlich auch, die Stop-Motion-Filme gehören mit zu meinen Lieblingen tatsächlich in dieser Staffel. Also Auslied ist tatsächlich mein Highlight und ich mag aber auch sehr, sehr gerne eben Ich bin deine Mutter und in den Sternen und Sid. Sid ist kein Stop-Motion, aber das sind so die vier, wo ich sagen würde, das sind für mich die absoluten Highlights gewesen. Und dann tatsächlich auch noch der Rache-Tanz. Ach, ich mag die alle. Aber auf jeden Fall, also es hat wirklich richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich kann nur sagen, Leute, guckt euch das an. Ich meine, ihr hört uns jetzt. Ich hoffe, ihr habt es dann auch gesehen. Aber guckt es euch an, empfehlt es auch weiter. Also das ist ja wirklich was, was ich seit der ersten Staffel immer mache, dass ich jedem, der es hören möchte oder eben nicht hören möchte, sage, guckt es euch an. Und die Leute, die dann vielleicht so ein bisschen so irgendwas animiert und so, dann kannst du sie vielleicht noch überzeugen mit, ja, aber es sind nur 15 Minuten pro Folge, weißt du, so halt. Also wie gesagt, ich predige das seit Staffel 1 und ich kann auch immer nur meine These wiederholen, bestätigen. Ich bleibe dabei. Visions ist für mich das beste Projekt vom neuen Star Wars, das wir bekommen haben. Und ich hoffe, es bleibt so kreativ und ich hoffe, wir kriegen eine dritte Staffel. Und ich wünsche mir tatsächlich auch, dass sowas wie Visions in anderen Franchises gemacht wird. Oh, das wäre schön. Ja, es ist ja, als es damals aufkam, wurde es ja auch gerne mal mit sowas wie Animatrix verglichen. Ja, wobei das natürlich, das schlägt, also Animatrix fand ich auch gut, aber ist natürlich alles sehr gleich. Ja. Die Geschichten nicht, aber die Art und Weise, wie es animiert ist halt. Ja, also ich kann mich erinnern, bei Animatrix haben sie ja auch einmal 3D-Animationen. Das hatten sie hier halt gar nicht. Also das ist schon so ungewöhnlich. Vor allem, ich dachte eigentlich, hier Sith, da hatte man ja in den Trailern schon vorab einiges prominent gesehen. Und da dachte ich wirklich, ja, es ist halt 3D-Animationen. Aber nee, ist es, also klar, es ist schon irgendwie 3D-Animationen. Aber das ist auch das Schöne, das zeigt auch dieser Film hier. Oder insbesondere Sith zeigt das. So langsam aber sicher gibt es auch im Mainstream ein Abrücken von dieser klassischen 3D-Animation. Und die Einflüsse, auf die das zurückgeht, würde ich auch verorten bei sowas wie Into the Spider-Verse. Wenn du dir jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, hier dieser Kinofilm von dem zweiten, hier der gestiefelte Kater. Ja. Der ist ja auch nicht mehr im selben Stil animiert wie die alten Shrek-Filme, sondern auf eine ganz eigene Art und Weise. Und auch jetzt hier, äh, letztens ist irgendwie ein neues Disney-Projekt, also von Disney Animation, äh, Wish oder so ähnlich heißt der. Äh, der ist auch nicht mehr so in diesem Stil, den man jetzt zum Beispiel von Rapunzel oder Encanto kennt, sondern halt was, ja, deutlich eigenwilligeres. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und die schlägt sich hier auch, wie ich finde, international nieder. Mhm, mhm. Okay. Und es ist spannend, das zu beobachten. Also wenn, äh, ich, ich werde mich nicht beschweren, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, State of the Art 3D-Animation in Staffel 3 auftaucht, aber hier wirklich solche abseitigen Sachen wie Ahu Song oder eben, ja, generell Stop-Motion ist nun mal, äh, nicht sonderlich, äh, äh, marktfreundlich, weil es einfach wahnsinnig aufwendig zu produzieren ist, äh, dadurch sehr teuer und eben auch, ja, da braucht man halt echt Geduld für, weil man zwei Sekunden Film am Tag herstellt, ne? Das ist ja der eine, einer der Gründe, warum man von Artman auch nicht so viel sieht und warum die, äh, ja, auch im Kino nicht so richtig gefruchtet haben, ne? Die hatten dann ja einen riesen Flop mit Early Man und, äh, kommen jetzt bei Netflix unter und das ist wahrscheinlich auch die beste Heimat für die. Aber, äh, bevor das jetzt hier zu weit führt, nee, wirklich absolut großartig, man, man kann es sich auch wie, äh, Staffel 1, ja, wirklich wie so ein, ja, es ist wirklich wie so ein Festival, ne? Ja. Was man streamen kann. Wirklich, also, ich kann alles, was du gerade eben auch zu, äh, generell zum Projekt gesagt hast, unterstreichen, äh, ich möchte da mehr von sehen und, äh, weiß ich nicht, die sollen sich meinetwegen auch mehr Zeit lassen, keine Ahnung, äh, aber, äh, auf jeden Fall muss es weitergehen und, äh, ja, ich hoffe sehr auf eine dritte Staffel und bin wirklich froh, dass das existiert, äh, eigentlich gegenüber, äh, vielen, vielen anderen Sachen, eigentlich fast schon als Gegenprogramm von dem, was wir, äh, in Star Wars erleben, ne? Und dafür bin ich sehr dankbar, dass sowas überhaupt noch existieren kann. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir damit auch zum Schluss. Wir haben jetzt echt wirklich ganz schön lange darüber gesprochen, aber, äh, ich würde nicht sagen, dass wir uns jetzt irgendwie zu lange aufgehalten haben. Ihr könnt uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben, äh, ob ihr das Ganze schon gesehen habt oder ob ihr jetzt Lust habt, wenn ihr es gesehen habt, was sind so eure Favoriten, was wenn vielleicht eure Ideen, vielleicht kennt ihr auch irgendwelche Studios, wo ihr meintet, oh, die können jetzt mal hier zum Zug kommen, weil es geht ja auch wirklich über sämtliche hinaus, ne? Also, hatte ich ja schon gesagt, Atmen ist ja eigentlich bei Netflix jetzt und auch andere sind woanders verpflichtet. Aber hier, die haben einfach so einen Beitrag zu Disney Plus geleistet. Und, äh, wenn euch da irgendwelche einfallen, wo ihr denkt, äh, die könnten auch mal hier eine Reihe sein, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ansonsten, äh, wählen wir damit durch. Britt-Marie, vielen Dank für deine Zeit, dass es jetzt noch geklappt hat. Allen Widrigkeiten zum Trotz. Ja, gerne. Euch da draußen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist, äh, bis auf Weiteres erstmal so das letzte zum Thema Star Wars, was wir hatten. Im Sommer rollt dann ja die Ahsoka-Serie auf uns zu. Mal schauen, was wir da so zu machen werden. Und damit würde ich sagen, klinken wir uns aus mit, ja, möge die Macht mit euch sein. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.